Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, von wo auch immer Sie uns zugeschaltet haben. Und mit diesem Elan dieser Musik, so fangen wir jetzt auch direkt an. Mein Name ist Hatice Akien und ich habe die große Freude, Sie heute durch dieses großartige, pickepackevolle Programm führen zu dürfen. Ja, das Programm. Wir sind hier bei Netzwerkbildung Digital beim allerersten Dialogforum dieses Jahres. Zwei weitere kommen noch in diesem Jahr, aber dazu dann noch etwas später. Und heute wollen wir mit Ihnen, mit unseren Gästen, Expertinnen und Experten gemeinsam erarbeiten und auch herausfinden, wie wir es schaffen, nämlich die digitale Kompetenz, die digitalen Kompetenzen entlang der Bildungskette zu sichern. Hat sich super klug an, das heißt vom i-Dötzchen und noch, noch, noch kleiner bis zum Hochschulbetrieb und darüber hinaus. Und darauf freue ich mich wirklich sehr. Wir haben tolle Gäste und Gästinnen eingeladen, Expertinnen und Experten. Aber auch Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Möglichkeit, sich hier auch zu beteiligen innerhalb dieser Veranstaltung. Das können Sie in Form von Chatfragen machen. Und wir haben noch einen kleinen Gimmick, nämlich die Menti-Umfrage, aber da kommen wir gleich zu. Lassen Sie mich noch mal ein, zwei Dinge zu Dialogforum heute sagen. Jeder von uns, ob Eltern, ob Lehrende, ob Lernende, eigentlich die ganze Gesellschaft hat in den letzten zwei Jahren oder ist in den letzten zwei Jahren sehr, sehr sensibilisiert worden für digitales Lernen. Wie geht das eigentlich? Wie geht digitales Lernen und wie geht digitales Lehren? Und das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig. Wichtig ist auch, welche Kompetenzen Lehrende und Lernende haben müssen, um sicher, souverän, mit Kenntnis in einer digital geprägten Welt zurecht zu kommen. Und das sind wir ja eigentlich alle. Und diese Veranstaltung kommt heute zu Ihnen, zu Euch, im Stream, digital, in Eure Endgeräte. Und darüber wollen wir sprechen, wie wir es schaffen, nämlich diese Kompetenzen noch weiter auszuarbeiten. So, dann geht es aber auch natürlich darum, dass nicht jeder in seinem kleinen Bereich bleibt, sondern wie schaffen wir es, nämlich Gemeinsamkeiten zu schaffen und diese Synergien, die daraus entstehen, entlang der Bildungskette zu erarbeiten. Also im Grunde wollen wir das alles aufmachen, dieses digitale Lernen und Lehren und alle einladen, jeder aus seinem Fachgebiet die Kompetenzen mit reinzubringen und daraus dann das große Ganze zu gestalten. Wie gesagt, diese ganzen Fragen werden wir aus den unterschiedlichsten Perspektiven diskutieren. Das Netzwerk Bildung digital unterstützt nämlich alle Akteure aus allen Bildungsbereichen. Und das ist das Besondere, nämlich nicht nur ein Bereich, sondern alle Bildungsbereiche bei der Vernetzung. Und darauf kommt es an, die Vernetzung. Aber es kommt auch darauf an, nicht nur vernetzen und nicht nur zu reden, sondern auch ins Handeln zu kommen. Es geht also darum, gemeinsam Lösungen anzubieten, zu erarbeiten. Und, das wollen wir alle, die digitale Bildung in Deutschland zu stärken und voranzubringen. Also wir wollen kein Neuland mehr, wie es Bundeskanzlerin Adi Angela Merkel mal gesagt hat. Kein Neuland, wir wollen die digitale Bildung stärken. So, koordiniert nochmal hier unsere Gastgeber, koordiniert wird das Netzwerk Bildung digital von Forum Bildung Digitalisierung und ist gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und wie fast überall im Leben, da werden Sie mir sicherlich recht geben, schafft man eine so große Herausforderung nur, indem man eben diese Netzwerke zusammenbringt und diese Netzwerke dann auch erarbeiten, wo die gemeinsamen Schnittmengen sind und wo man gemeinsam Lösungen erarbeiten kann. Heute, im ersten Dialogforum, werden wir mit Expertinnen und Experten, aber auch mit Ihnen, wie schon gesagt, darüber reden, wie wir digitale Kompetenzen entlang der Bildungskette sichern können. Jetzt habe ich es nochmal gesagt, damit Sie es auch nicht vergessen. Und jetzt möchte ich ganz, ganz, ganz herzlich einladen, er steht schon hier neben mir, und sein Gastgeber dieser heutigen Veranstaltung und natürlich auch der folgenden Veranstaltung mit mir hier am Ort ist der geschäftsführende Vorstand des Forum, ich sage es nicht falsch, des Forum Bildung Digitalisierung, Jakob Schamon. Hallo Jakob. Hallo, schön, dass du dabei bist heute. Danke schön. Wir haben abgemacht, wir duzen uns, deswegen darf ich Jakob sagen, aber du hast auch einen tollen Nachnamen, Schamon. Hört sich super an. Ich habe auch zwischendurch immer gesagt, da heißt es, kann man, Schamon, aber wie auch immer. Hallo Jakob. Ich bin gewohnt, viele unterschiedliche Ausdrucksweise zu hören. Denke ich mir. Also schön, dass du da bist. Jetzt, bevor wir ins Detail gehen, bevor du uns so ein bisschen erzählst, was Netzwerk Digital überhaupt macht, möchte ich gerne einmal unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Tool bekannt machen, das ist der Menti-Tool oder das Menti-Tool. Und da werden wir mit ihrer Hilfe herausfinden, wo eigentlich Bedarfe sind. So haben wir das ja mal genannt, wo Bedarfe sind. Wir wollen direkt mal mit der ersten Umfrage starten mit Menti. Und die erste Frage ist, welche digitalen Kompetenz haben Sie persönlich zuletzt erworben? Also nochmal, wir haben eine Umfrage. Da können wir interaktiv mit Ihnen gemeinsam diese Frage erörtern. Welche digitale Kompetenz haben Sie persönlich zuletzt erworben? Und wenn Sie jetzt auf der Seite von Menti sind, können Sie den Code 70633 971 eingeben. Das können Sie gleich auch nochmal im Chat lesen, diesen Code. Und uns gerne mitteilen, was das eigentlich bei Ihnen war. Und was war es bei dir, Jakob? Ich finde das total schwierig zu sagen, weil ich bin ja Pädagoge und ich weiß auch, Kompetenzen erwerbt man ja über Zeit. Aber ich habe so wirklich hier jetzt in der kurzen Zurückkommen ins Normalen und ins Analogen wieder gemerkt, wie wichtig die digitale Beziehungskompetenz tatsächlich ist. Wie man mit Kollegen im digitalen Raum arbeiten kann. Was eigentlich alles geschafft worden ist im digitalen Raum. Und da glaube ich, haben wir viele als Erwachsenen auch, wir reden ja ganz oft viel darüber, auch nicht nur Kinder und Jugendliche haben gelernt in der Krise und in der Pandemie. Wir haben auch als Erwachsene neue Kompetenzen und als professionelle neue Kompetenzen erworben. Und ich glaube, dass die Möglichkeit tatsächlich auch Beziehungen im digitalen Raum aufzubauen. Und jetzt kommt die große Frage, wie verbinden wir wieder die digitale Kompetenzen, die digitale Beziehungsarbeit, das, was plötzlich ermöglicht wurde im digitalen Raum, wieder mit dem Analogen. Wann treffen wir uns? Was tun wir, wenn wir uns treffen? Und was kann auch hervorragend weiter gemacht werden im digitalen Raum? Was ist ja eigentlich auch das Besondere an dem Erwerb von digitalen Kompetenzen? Du hast am Anfang gesagt, im Grunde Kompetenz erwirbt man ja eigentlich im Laufe der Jahre mit Erfahrungen. Man schnuppert, man schaut. Aber gerade bei der digitalen Kompetenz ist es doch eigentlich umso schöner, dass man ja schnell quasi ins Wasser geworfen wird. Weil das Wasser wird ja nicht wärmer, wenn man länger wartet, wenn man reinspringt. Dass man dadurch eben viel, viel schneller dann auch diese Kompetenzen erlernen kann. Jetzt habt ihr im letzten Jahr schon angefangen mit diesen Dialogformen, mit dieser Veranstaltung. Jetzt würde ich gerne von dir einmal kurz eine Zusammenfassung. Wie war es eigentlich letztes Jahr und worauf kam es im letzten Jahr an? Ja, also das Netzwerk Bildung Digital ist ja im Sommer gestartet. Und wir hatten wirklich einen wahnsinnigen Herbst, ich glaube mit über 22 Veranstaltungen im Rahmen des Netzwerks. Und den Austausch wurde wirklich gefördert. Wir haben uns entlang von Fünf-Monats-Themen gearbeitet. Wir haben über Beziehungsarbeit gesprochen, aber auch Bildungsgerechtigkeit, Demokratie, Didaktik in der Digitalität, Lernkultur, Qualifizierungsangebote, Zugänge und Übergänge. Und eigentlich war das Wichtigste, dass wir Leute zusammengeführt haben, die normalerweise eher in den Silos unterwegs sind und wirklich einen Raum geschafft haben, wo alle Bildungsbereiche zusammenkommen können und wo zentrale Herausforderungen erarbeitet werden können. Also wo hapert es, aber wo sind auch Good New Practice, wo man sagen könnte, hier können wir für den weiteren Teil, wo wir gerade heute ansetzen, gemeinsam, denn auch gemeinsam weiterarbeiten. Heute in diesem Jahr 2022 geht es weiter mit den Dialogporen. Was genau für dieses Jahr geplant ist, das schauen wir jetzt kurz in einem Einspieler, damit Sie sich auch ein Bild machen können. Bitteschön, Film ab. Gibt's? Musik Musik Max Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Großartig. Es kommen noch ein paar Menti-Fragen. Bis zum nächsten Mal. 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 Italien entwickelt. Und rückblickend wirkt das jetzt für uns alles ganz selbstverständlich, aber wahrscheinlich war es tatsächlich Mitte des 15. Jahrhunderts für Guttenberg ganz selbstverständlich und gar nicht anders denkbar, als das so zu machen, wie es schon vorher war, nur jetzt eben mit dem neuen Medium. Und er musste erst oder die Buchdrucker insgesamt mussten erst herausfinden, was im neuen Medium wie anders funktioniert und dieses Neuland erst erkunden. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch 2022 noch ein Stadium, in dem wir sind, in diesem digitalen Wandel, so mittendrin. Wir finden gerade erst heraus, was teilweise anders geht. Wir wissen schon viel darüber, aber ich glaube, es liegt auch noch viel Erkundungsarbeit und herausfindende Arbeit vor uns, um zu sehen, dass man mit den neuen Medien Dinge auch anders machen kann, dass sie anders funktionieren und anders, das meine ich tatsächlich jetzt nicht im Sinne von, weiß ich nicht, schneller ökonomischer mehr, sondern tatsächlich auch in einer anderen Qualität. Der Physik-Nobelpreisträger Anderson, vor allem habe ich vergessen, hat ja mal gesagt, für den naturwissenschaftlichen Bereich, more is different, also die Qualität ändert sich auch mit der Quantität. Und das würde ich gerne als Vorzeichen auch nehmen für meine folgenden Thesen, dass viele Sachen jetzt in den digitalen Medien neu sind, nicht ganz neu sind im Sinne von, das haben wir noch nie vorher gesehen, aber dass teilweise das, was jetzt in einer anderen Quantität da ist, auch die Qualität verändert. Und dass wir eben nicht anders können, als gemeinsam herauszufinden, was wir damit machen können, wie das funktioniert, wie das neue Medium tickt, wie wir in diesem neuen Medium ticken, nicht nur beim Lernen und Lehren, aber natürlich auch und heute ganz besonders. Das heißt, meine These 1 ist, wir arbeiten und wir lernen quasi historisch gesehen in so einem herausfindenden Modus 2022 und sicher auch noch ein paar Jahre danach, weil sich ja auch der digitale Wandel weiter vollzieht. Es ist ja nicht so, dass wir da jetzt einmal aufholen müssten und dann hätten wir wieder Ruhe. These 2. Wir brauchen sowas wie ein digitales Mainstreaming bei den Kompetenzen. Hier oben drüber bei der Veranstaltung steht ja was von den digitalen Kompetenzen und ich wollte das jetzt einmal ein bisschen aufgliedern, was man darunter verstehen kann und einen Vorschlag machen, wie man es weit fassen kann. Hier auf der nächsten Folie stehen jetzt drei verschiedene Möglichkeiten, auf diese Frage zu schauen. Die eine Frage lautet, wie unterstützen uns digitale Medien beim Lernen und Lehren? Das nennen wir typischerweise Mediendidaktik und da sind wir gut unterwegs. Also auch da finden wir noch ganz viel heraus, aber das Feld ist gut erschlossen. Wir arbeiten da dran. Die zweite Frage oben rechts, was müssen wir über digitale Medien lernen? Das nennen wir Medienkompetenz. Auch dazu haben Sie beispielsweise gerade hier vor dem Vortrag ganz viel in der ersten Sammlung auf Mentimeter geantwortet. Das nennen wir allgemein Medienkompetenz und auch da sind wir gut dabei. Auch das ist längst nicht abgeschlossen. Es ist noch ganz viel vor uns. Wir finden ganz viel heraus, aber das Feld haben wir sozusagen einigermaßen kartografiert, um bei der Neuland-Metapher zu bleiben. Das dritte, hier unten grün eingekreist, weil ich mich am Folgenden darauf fokussieren möchte, ist, was müssen wir angesichts des großen digitalen Wandels in der Gesellschaft, in der Welt, in unserem persönlichen Leben, in unserem professionellen Leben, beim Lernen, beim Lehren, was müssen wir da lernen, neben den digitalen Themen, wo Digitalisierung sozusagen schon oben drauf steht auf den Themen. Und das ist das, was ich dann digitales Mainstreaming nennen möchte. Ich habe, wenn man sich das anschaut, was sind denn so die großen Veränderungen, die vom digitalen Wandel betroffen sind? Jetzt hier so eine Auflistung von Feldern mitgebracht und da können Sie jetzt einmal so einen Überblick kriegen oder sich einzelne Punkte raussuchen, um eine Idee zu kriegen, dass der digitale Wandel eben etwas ist, was ganz, 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 ganz viele, ich möchte sogar sagen, alle Felder betrifft und nicht nur die, wo vermeintlich oder ausdrücklich Digitalisierung auch ganz klar dran steht. Wenn Sie sich in einem dieser Themen hier gut auskennen, dann wissen Sie, dass da Digitalisierung drinsteckt, auch wenn es vielleicht von außen gar nicht so klar danach aussieht, dass wir Krankheiten bekämpfen, beispielsweise mit Information letztlich, wenn man sich anguckt, wie beispielsweise bestimmte Medikamente oder Impfungen funktionieren. Das ist sowas wie, ich gucke gerade mal auf meine eigene Folie, Spaltung der Gesellschaft, wie viel Digitalisierung da drin steckt, aber auch an all den anderen Feldern, die Sie hier aufgelistet sehen. Und das sind die Felder, für die wir Menschen in unseren Bildungseinrichtungen heute vorbereiten, weil sie sie, wir sagen gerne in Zukunft lösen müssen, aber das ist ja Quatsch, das ist ja in der Gegenwart, das ist ja keine von diesen Herausforderungen und Themen hier drauf, die sagen würden, da müssen wir uns noch nicht mit beschäftigen, aber in Zukunft vielleicht ja. Und es ist zweitens eine Aufgabe oder viele Aufgaben, die nicht nur junge Menschen, nicht nur Schülerinnen und Schüler betreffen. Auch die Erwachsenen haben ja nur in bestimmter Hinsicht einen Wissensvorsprung, einen Kompetenzvorsprung, aber auch die haben ja in der Regel tatsächlich nicht gelernt, wie sie diese aktuellen Herausforderungen tatsächlich komplett bewältigen können. Das ist schon hilfreich, wenn wir einige Ansätze und Ideen haben. Aber auch da sind wir größtenteils in unserem Herausfindemodus. Diese Auflistung kommt nicht von mir, sondern aus diesem Buch hier, Charles Fidel, Maya Bialik und Bernie Trilling, die Vier Dimensionen der Bildung. Dieses Buch ist relativ langweilig. Auf 170 Seiten wird nichts gemacht, außer Bildungsziele, Lerninhalte zusammenzustellen zu einem Rahmengerüst, das Diskussionen über Curriculumsreformen ermöglichen soll. Also die Möglichkeit, über Bildungsziele, über Lerninhalte zu sprechen. Und jetzt heißt dieses Buch zwar im Untertitel, was Schülerinnen und Schüler im 21. Jahrhundert lernen müssen, aber es gilt genauso für alle erwachsenen Menschen und nicht nur für Schülerinnen und Schüler. Denn diese Veränderung durch Digitalisierung ist ja etwas, was für die Erwachsenen, ich würde mal pauschal sagen, mindestens genauso neu ist, wie insgesamt für uns als Gesellschaft neu ist. Jetzt mache ich das, was man didaktisch nicht machen soll. Ich zeige Ihnen den Inhalt dieser 170 Seiten auf einer Folie, von der Sie wahrscheinlich die Hälfte nicht lesen können, aber mir geht es erstmal um den Gesamteindruck, dass Sie eine Idee haben, was die Vier Dimensionen sind und was Sie dahinter verbirgt. Hier sind die aufgemalt, die Vier Dimensionen. Es reicht, wenn Sie sehen, dass das vier verschiedene Farben sind, die für vier verschiedene Dimensionen stehen. Hier blau, die Dimension Wissen, um rechts in orange, die Dimension Skills, denn das sind die vier Ks, Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken. Dann in violett, Charakter, in der deutschen Übersetzung knapp an Persönlichkeitseigenschaften vorbeigeschrammt. Und unten rechts klein, aber wichtig, Meta-Lernen, das Lernen zu lernen, über das Lernen zu lernen. Und diese vier Dimensionen und die verschiedenen Unterkategorien und einzelnen Punkte, die da jetzt stehen, bilden das ab, von dem man sagen muss, ja, okay, das sind so Bildungsziele für das 21. Jahrhundert. Man kann an den einzelnen Punkten und an der Struktur sicher diskutieren. Das liegt auch in der Natur der Sache, wenn man so ein global gültiges Framework sich erarbeiten will. Aber insgesamt macht es ein bisschen deutlich, ja, wir haben sehr viele Herausforderungen an Bildungszielen, an Lerninhalten vor uns. Jetzt habe ich hier mal als nächstes rot eingekringelt, wo denn die Digitalthemen auftauchen, wenn wir beispielsweise von digitalen Kompetenzen reden. Das ist oben links die traditionellen Fächer, wo wir, das ist ja schon großer Fortschritt, in den Fachdidaktiken angekommen sind, was die Themen Digitalisierung angeht. Dann haben wir oben rechts hierbei bei Technologieingenieurwesen roten Kreis. Es ist wertfrei gemeint, wenn ich sage, dass wir da eine sehr starke Lobby haben in Deutschland, die damit auch das Digitalisierungsthema immer weit oben auf die Agenda setzen konnte. Wir haben sowas wie Medien als Inhalt oder unten als Querschnittsthema, Medienkompetenz oder Informationskompetenz als Bildungsziele. Da taucht Digitalisierung natürlich in unseren Debatten schon stark auf. Da tauchen digitale Kompetenzen als Schlagworte auf. Allerdings möchte ich jetzt noch mal grün einkreisen, den Bereich, von dem ich meinen würde, dass wir stärker darauf gucken müssen, dass wir da digitale Kompetenzen mitdenken. Und das hier ist dieser Bereich, also quasi alles. Ich behaupte, dass keines dieser Bildungsziele vom digitalen Wandel nicht betroffen ist. Und damit meine ich nicht, dass das irrelevant wird oder durch was Neues ersetzt wird, sondern dass sich das ändert. Das ist die Idee von Transformation. Das wird nicht ersetzt, es geht nicht weg, es kommt nicht was Neues davor, sondern es verändert sich. Auch an den Punkten, die vermeintlich erstmal so aussehen, als wären sie so generisch, dass es gleich bleiben würde. Nehmen wir mal Kreativität. Für einen Menschen, der ein Smartphone kennt, ist Kreativität etwas anderes als für einen Menschen in der prädigitalen Zeit. Oder nehmen wir Resilienz. Resilienz ist auch im digitalen Zeitalter tatsächlich etwas anderes als vorher. Es ist nicht etwas ganz Neues, es ist nicht etwas, was daneben tritt, es ist nicht etwas, was dazukommt, sondern was das, was wir schon kennen, verändert. Und deswegen behaupte ich, dass wir digitale Kompetenzen verwoben, verflochten denken müssen mit den vermeintlich nicht digitalen Inhalten und Bildungszielen. Eine Antwort auf die Frage, wie können wir damit umgehen, dass da jetzt diese vier Dimensionen sind und auch noch mit den digitalen Kompetenzen zusammen gedacht werden müssen, kommt jetzt auf dieser Folie. Eine Antwort, die wir häufig in Debatten sehen, ist eine Abwehrhaltung. Also wenn ich das vortrage in Bildungsinstitutionen, wird ganz häufig gesagt, das können wir nicht auch noch alles leisten oder dafür sind andere Akteure zuständig. In gesellschaftlichen Debatten hört man auch noch häufig so einen Hilferufen im Sinn von, wir brauchen ein neues Fach oder einen neuen Ausbildungsgang oder ähnliches, was ja höchstens punktuell, aber nicht systemisch eine Lösung sein kann. Das heißt, wir können das nicht alles additiv betrachten, sondern müssen auch da sehen, diese vier Dimensionen müssen miteinander verwoben und verflochten gedacht werden. Jetzt kommt der stärkste Spezialeffekt meiner Präsentation. Diese vier Dimensionen stehen eben nicht nebeneinander, sondern sind in der Praxis miteinander verwoben und verflochten. Und in den letzten Jahren habe ich mal angefangen zu beobachten, wie das denn aussieht, wie sieht diese Verflochtenheit aus, dieser Zopf, der hier geflochten ist. Und ich habe angefangen, Pädagoginnen und Pädagogen, wo ich das beobachtet habe, zu fragen, wie machst du das eigentlich? Und das Interessante ist, dass in meiner subjektiven Empirie wirkt es so, als wäre es so, dass die guten Pädagoginnen und Pädagogen das mehr oder weniger intuitiv, fast immer und selbstverständlich machen, diese verschiedenen Dimensionen und damit auch die digitalen Themen zu verflechten. Aber dass wir relativ wenig explizit darüber sagen können, wie diese Verflechtung aussieht. Also mehr über die Lehre der Verwobenheit, der Verflochtenheit des Zopfes herauszufinden, wir nennen das im Allgemeinen Didaktik, ist glaube ich ein wichtiges Ziel in dieser Hinsicht. Zwischenfazit also an der Stelle, wir brauchen sowas wie ein Mainstreaming bei den digitalen Kompetenzen, nicht sie nur losgelöst zu betrachten, sondern eben mit den anderen Themen und Kompetenzen und Bildungszielen zusammen zu bedenken und das mit einer doppelten Verflochtenheit, die digitalen Kompetenzen und die vermeintlich nicht digitalen Themen und die verschiedenen Dimensionen, die Bildungsziele betreffen und die bis zum 21. Jahrhundert ganz dringend brauchen. 21. Jahrhundert, nur kurz zur Erinnerung, ist fast ein Viertel vorbei. Zu meiner Hauptthese, Digitalisierung als große Verknüpferin und Verflechterin. Das hier sind zwei Menschen aus verschiedenen Zeiten. Links sehen wir Chris aus der vordigitalen Zeit, rechts Kim aus der digitalen Zeit. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt Menti zusätzlich nehmen, wenn Sie zwei Sachen zeitgleich machen können. Die Frage ist, wie würde man jetzt sozusagen eine zeitreisenden Chris hier aus, sagen wir mal, den 80er Jahren erklären, warum heute Digitalisierung so viele Sachen grundsätzlich verändert hat. Und ich glaube, ein Erklärungsansatz wäre zu sagen, die Digitalisierung hat ganz viel miteinander verbunden, was traditionell nicht miteinander verbunden war. Und diese Idee kann man auch im praktischen durchdeklinieren. Also wenn Sie wollen, schreiben Sie Menti rein, zwei Dinge, die in vordigitalen Zeit getrennt waren und die heute miteinander verbunden werden können. Wenn ich sage, nennen Sie zwei Dinge, meine ich das im weitesten Sinne. Das können Personen sein, Orte, Organisationen, Sachverhalte, Materialien, was auch immer Ihnen einfällt. Denn das ist ja ein ganz typisches Symptom von dem digitalen Wandel. Es sind plötzlich Dinge miteinander verbunden und vielleicht auch verflochten, die vorher gar nicht zusammen gedacht wurden. Sie können jetzt auf Menti antworten. Ich habe gestern schon mal auf Twitter gefragt und ganz viele Antworten gekriegt. Dann nur einen kurzen Einblick. Ich glaube, Andre Hermes war es, der schrieb, verbunden sind mein Herz und meine Uhr. Was in prä-digitalen Zeiten zwei vollkommen getrennte Dinge waren. Und dann schrieb Familie und Privates und meine Arbeit sind vormals getrennte Dinge gewesen, die jetzt stark miteinander verbunden sind. Jemand anders schrieb Jogginghose und formales Oberteil. Ich stehe jetzt nicht auf und zeige, welche Hose ich an habe. Aber dahinter steht ja nicht nur was Lustiges, sondern tatsächlich, dass verschiedene Rollen hier plötzlich miteinander verbunden sind, die vormals doch relativ klar getrennt werden. Auch auf der didaktisch-methodischen Ebene, die, würde ich mal sagen, die Schritte üben und Feedback bekommen. Das sind zwei Sachen, die traditionell eher getrennt waren und jetzt in quasi Sekundenbruchteilen miteinander verbunden sind. Konsument sein und Produzent sein. Ein wichtiger Punkt. Jemand schrieb, und auch das hört sich wieder lustig an, ist aber ein wesentlicher Faktor für gesellschaftliche Fragen, die wir gerade haben, ist die Verbindung von ehemals getrennt ein Idiot und andere Idioten. Schule und Wissenschaft, Menschen in einem Bundesland und Bildungsangebote in anderen Bundesländern. Wochenende und Kontakt zu Schülerinnen, schrieb jemand. Kamera und Thermometer, Schriftmedien und Bildmedien. Das in einem Klassenzimmer sein und draußen in der Welt sein, gleichzeitig miteinander verbunden. Oder, wenn Sie kurz auf die Metaebene wechseln wollen, vor einem Vortrag sein, während eines Vortrags sein und nach einem Vortrag sein, was vorher irgendwie doch relativ klar getrennt war, ist jetzt plötzlich irgendwie miteinander verbunden. An all diesen Stellen muss man sagen, natürlich kennen wir schon Ansätze davor aus vor digitalen Zeiten. Aber hier wird es eben relevant, dieses Andersense-Sprichwort, diese Erkenntnis, more is different. Es entsteht mit der neuen Quantität auch eine neue Qualität. Andersen hat das, glaube ich, schon vor 50 Jahren für den naturwissenschaftlichen Bereich ausgearbeitet. Ich würde mich richtig erinnern, glaube ich, mit Clay Shirky, dass der das für den digitalen Wandel das erste Mal formuliert hat. Denfalls habe ich es da gelesen. Sie können gerne weiter das Menti nutzen. Ich mache ein kurzes Zwischenfazit. Die Überschrift für diese Veranstaltung hier heute sehen Sie hier nochmal eingeblendet. Da geht es also darum, wie wir digitale Kompetenzen entlang der Bildungskette sichern. Und ich möchte einladen, drei unterstrichene Begriffe hier sozusagen etwas weiter zu denken in den Diskussionen und in der praktischen Arbeit. Nämlich einmal die Frage nach den digitalen Kompetenzen. Die digitalen Kompetenzen, die wir verbinden und verflechten können und ich würde sogar sagen müssen, mit den vermeintlich nicht-digitalen Bildungszielen, also nicht mehr digitale Kompetenzen als das Sonderprojekt, das da drüben in der Ecke stattfindet und alle anderen können weitermachen wie bisher. Auch verschiedene Bildungsbereiche miteinander zu verflechten. Das ist das, was eben in der Eröffnung schon Hatice Akün und Jakob Schamon gesagt haben, was ganz wichtig ist in der Arbeit des Netzwerks. Schon das Wort Netzwerk stellt es ja heraus, diese Verbindungen schaffen. Und überhaupt alles zu denken, was miteinander verbunden werden kann, weil wir, glaube ich, noch kollektiv sehr stark von der Zeit geprägt sind, wo das getrennt gedacht wurde. Schließlich und letztlich an dieser Stelle, es geht nicht nur darum, dass wir diese digitalen Kompetenzen sichern können, sondern an ganz vielen Stellen sind wir da, was das Netzwerk Experimentierräume nennt. Also gemeinsam herauszufinden, wie das eigentlich geht und das ständig weiterzuentwickeln. Das war ganz viel Theorie, deswegen zum Abschluss ein praktisches Beispiel, das ich mitgebracht habe. Das hier ist Simone Becker. Simone Becker ist eine Lehrerin an den berufsbildenden Schulen Osterholz-Schambeck und hier ist sie, da habe ich sie vor zwei Wochen, glaube ich, zum Podcasten getroffen. Und habe jetzt einfach dieses Beispiel von ihr mitgebracht, weil es ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel ist und gleichzeitig eben nicht spektakulär im Sinne von, dass man sagen kann, das kann nirgendwo anders gemacht werden. Simone Becker unterrichtet eine Klasse im Berufsvorbereitungsjahr für alle Leute, die in der beruflichen Bildung nicht ganz so Firmen sind. Berufsvorbereitungsjahr ist ein Schuljahr für hauptsächlich Schülerinnen und Schüler, die einen Schulabschluss nicht geschafft haben oder einen Ausbildungsplatz nicht bekommen haben. Also es geht nicht um Menschen, die in Sachen Bildung besonders privilegiert waren bisher. Und die haben gemeinsam eine Schülerfirma, die heißt IT4U. Und diese Schülerfirma hat ursprünglich das Tätigkeitsfeld gehabt, alte Medien zu digitalisieren. Also da sind Menschen hingekommen aus dem Ort, hauptsächlich ältere Menschen, Seniorinnen und Senioren, die Schallplatten mitgebracht haben oder Dias oder VHS. Also die sind auch Vertreter der Erwachsenenbilderung, also VHS im Sinne von Videokassetten. Und das wurde dann digitalisiert von den Schülern. Also erst Verknüpfungen oder drei Verknüpfungen sind es eigentlich schon. Die jungen Menschen und die älteren Menschen, die Schule und die berufliche Bildung und die reale Welt da draußen, die alten Medien und die neuen Medien. Dann gab es eine Sprechstunde, zu der die Senioren in die Schule gekommen sind. Und während dieser Sprechstunde hat sich herausgestellt, dass die Senioren noch ganz andere Themen hatten. Die haben dann nämlich die jungen Leute gefragt, Entschuldigung, können Sie mir hier vielleicht mal erklären, wie das geht mit diesem WhatsApp, dann könnte ich mit meinen Enkeln verbunden sein, wenn ich bräuchte nur Hilfe bei diesem WhatsApp einrichten. Kleiner Exkurs hier, Verbindung von Großeltern und Enkeln ist möglicherweise das, was in der Geschichte auch eine neue Qualität hat an Verbindungen. Aber in der Kernsache ging es dann darum, dass tatsächlich da ein neues Tätigkeitsfeld für diese Schülerfirma entstanden ist, nämlich Schüler, Schulen, Senioren. Da geht es also tatsächlich darum, dass die denen zum Beispiel so etwas wie WhatsApp zeigen. Aber was die dabei lernen, ist ja nicht das WhatsApp installieren. Also das lernen die auch, auch die Schülerinnen und Schüler, aber das konnten sie im Wesentlichen schon. Sondern solche anderen Lernziele und Bildungsziele wie Sozialkompetenz, Verantwortungsübernahme, Kommunikation, Zusammenarbeit. Da geht es auch so etwas wie Wertschätzung oder auch den Umgang mit Kritik etc. Das ist ganz maßgeblich in dieser Arbeit. Das ist das zweite Tätigkeitsfeld. Und jetzt kommt noch ein drittes. Dafür mache ich mal einen kleinen Zoom hier auf dem Bild, auf dieses seltsame Gerät, was hier rechts neben Simone Becker steht. Und das ist das Feld, dass die Schülerfirma einen Experimentierkasten, einen physikalischen Experimentierkasten vertreibt. Jetzt muss ich ablesen. Das ist ein Michelson-Interferiometer. Und das wurde entwickelt von der Universität Münster. Und die suchte eben einen Partner, eine Partnerin, die diese Dinger hier herstellt und vertreibt. Und das macht jetzt diese Schülerfirma. Und das ist schon, finde ich, auch wieder auf ganz vielen Ebenen interessant. Man sieht wieder diese Verbindung, diese Verknüpfung. Hier ist die Hochschule, die Forschung. Hier ist die Schule, die berufliche Bildung. Hier ist die Firma mit der allen Welt, die miteinander zu tun haben. Und die Herstellung von diesem Gerät hier ist jetzt auch nicht trivial. Also ich habe mir das dann zeigen lassen. Das wird die größte Anteile davon mit 3D-Druck hergestellt. Aber es ist nicht so, dass man einmal auf den Knopf drücken muss. Ich glaube, es sind sechs verschiedene Materialarten, die miteinander verbunden werden und so weiter. Und selbstverständlich, wenn man das macht, muss man nicht nur auf den Knopf drücken und muss man nicht nur 3D-Druck als Kompetenz lernen, sondern man muss auch gucken, wo kriegt man eigentlich die Materialien her? Wie kauft man das ein? Wie distributiert man das Ganze? Wie verschickt man das? Wie verpackt man das? Wo kriegt man die Materialien dafür her? Und all diese Dinge recherchiert man selbstverständlich heutzutage auf digitalem Wege. Also auch so etwas wie Recherche, wie Lösungen suchen, wie Zusammenarbeit, wie selbstständiges Arbeiten. All das sind ja Bildungsziele, die mit diesem Projekt hier verbunden sind. Also das als einen ganz kleinen Exkurs, als ein Beispiel, wie so eine Verknüpfung auf ganz vielen Ebenen aussehen kann. Und auch hier muss man sagen, das ist nirgends was, wo man sagen muss, das haben wir ja vorher noch nie gesehen, das ist ja vollkommen neu. Die Didaktik, die dahinter steht, kennen wir seit 100 Jahren oder zumindest seit 40, 45 Jahren. Die Verbindung von verschiedenen Bildungsbereichen kennen wir schon. Aber wir haben es bisher immer als Sonderfall, als Ausnahme gesehen. Und ich glaube, wir müssen noch stärker dahin kommen, dass wir das eben als Regelfall sehen können, so eine Verknüpfung auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, weil es eben auch das ist, was die Realität am besten abbilden kann. Die Verwebung, die Verflechtung von verschiedenen Fäden einer komplexen Realität. Und wenn wir das schaffen, in den Bildungseinrichtungen mehr zu einem Normalfall zu machen, haben wir, glaube ich, schon große Fortschritte gemacht. Fazit, beziehungsweise vielleicht ein Nachwort. Ich habe am Anfang gesagt, wir sind zu einem, unserem Herausfindemodus von Guttenberg, vergleichbar, der damals 40 Jahre gebraucht hat, zwei Generationen. Ich glaube, wenn Guttenberg Twitter gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich schon, bevor er die erste Bibel gedruckt hätte, auf Twitter viel Feedback gekriegt zu seinen Entwürfen. Das heißt, wir haben heute viel mehr Möglichkeit, uns auszutauschen, voneinander zu lernen, miteinander zu lernen, verflochten miteinander zu lernen. Und die Digitalisierung kann unsere ganz starke Freundin quasi sein, wenn es darum geht, unser Lernen, unser Herausfinden, unser Arbeiten, unsere Erfahrungen miteinander zu verbinden und zu verflechten. Das war's. Vielen Dank, Jöran, vor allen Dingen für den letzten Teil. Ich frage mich ja manchmal auch, wie unser Leben eigentlich ohne Twitter aussehen würde, im Positiven und auch im Negativen. Jetzt hast du gerade ein ganz tolles, positives Beispiel genannt. Das ist natürlich ja auch, wenn man eine Frage stellt, kommt ganz viel Intelligenz zurück, kommen ganz viele Ratschläge zurück. Aber es kann ja auch manchmal gerade bei Twitter ein bisschen heiß hergehen. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für den Vortrag. Und wir machen auch direkt weiter mit zwei lernenden VertreterInnen. Wir haben eingeladen einmal Lisa Marie Brade. Sie ist Landesvorsitzende der Comba Jugend in Mecklenburg-Vorpommern. Sie studiert derzeit Dual und kann daher wirklich sehr gut aus der eigenen Perspektive, aus der eigenen lernenden Perspektive eine Menge berichten. Den zweiten Gast haben wir Maximilian Henningsen. Er ist zurzeit Abiturient und Fachkoordinator für Inneres der Bundesschülerkonferenz. Und wie gesagt, aktuell im Abiturjahrgang in Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich würde gerne einmal kurz mit zwei Statements von euch, von Ihnen beginnen, damit wir dann auch in das Thema reinkommen. Lisa Marie Brade, Sie sagen, von Studierenden wird häufig erwartet, dass sie bereits ein gewisses digitales Mindset mitbringen. Um ihre digitalen Kompetenzen zu sichern und auszubauern, müssten sich diese auch vielfältig in den Vorlesungen wiederfinden. Und ich vermute mal, dass Sie meinen, dass es dort nicht wiederzufinden ist. Und Sie sagen, weiterhin sollte auch im späteren Berufsleben mit Weiterbildungsangeboten nachgebessert werden. Dies erfordert eine gewisse Offenheit, sowohl bei den Dozierenden als auch bei den Studierenden. Und darauf will ich gleich gerne bei Ihnen hinkommen, nämlich was diese Offenheit bedeutet und was diese Offenheit eigentlich genau ist. Maximilian Henningsen, Digitalisierung, sagt er, an Schule birgt große Chancen. Smart-TVs und Tablet-Klassen allein werden unser Bildungssystem allerdings nicht updaten können. Lehrkräfte müssen auch in die Lage versetzt werden, digitale Lernmittel als Bereicherung in ihren Unterricht einzubringen. Und das kann ich als Mutter einer Teenager-Tochter wirklich aus eigener Erfahrung berichten in den letzten zwei Jahren. Wir hatten großartige LehrerInnen, die wirklich da reingesprungen sind in die Digitalisierung. Und andere, die haben uns wirklich stapelweise abfotografierte, fotokopierte Arbeitsblätter geschickt. Und unser Mail-Postfach ist wirklich übergelaufen. Und da möchte ich jetzt gerne auch ansetzen. Vielleicht fange ich mal bei der Schule an, Maximilian. Wie digital ist es denn bei Ihnen an der Schule? Und wie digital wird momentan auch gerade, was Ihnen mit anbetracht, dass Sie ein Abiturjahrgang ist, wie digital wird gerade an Ihrer Schule gearbeitet? Und wie wichtig ist es Ihnen, dass digital gearbeitet wird? Also ich glaube, dass schon recht digital gearbeitet wird. Also ich glaube, da haben wir schon, also bei mir in der Schule ist auch das Ding, dass wir eine sehr engagierte Gruppe haben, die da sich für den Medieneinsatz stark macht. Also auch eine starke Lehrkräftegruppe, die das macht. Für mich im Abi ist es total wichtig, dass digital gearbeitet wird. Ich glaube tatsächlich, dass das unausweichlich für mich ist. Also ich habe jetzt gerade aktuell die ganz einfache Möglichkeit, meine Mappen einzureichen. Wenn ich noch irgendwelche, wenn ich noch irgendwelche Abgaben habe, dann muss ich es einfach online einreichen. Dann muss ich nicht durch die Lehrkraft wiederfinden in der Schule, sondern ich kann sie online einreichen. Das ist erstmal komfortabel. Auf der anderen Seite eben auch Zeit sparend. Gleichzeitig gilt es auch zu bedenken, dass die Digitalisierung natürlich auch nicht nur für Abiturjahrkassen wichtig ist. Also gerade für die, die meinetwegen jetzt noch in der Mittelstufe sind, für die ist es auch total wichtig. Weil das sind Kernkompetenzen, die sie dann später brauchen. Mindestens dann ab der Oberstufe kommen. Von Ihnen, Lisa Marie, wissen, wie ist es im Hochschulbetrieb? Gibt es da Unterschiede? Ist es schon weiter? Wie digital wird zum Beispiel bei Ihnen an der Hochschule gearbeitet? Also grundsätzlich vor Corona war das einzig Digitale, also das Digitale im Hinblick auf, wir arbeiten mit und am Computer der IT-Unterricht. Dort wurden dann aber auch nur grundlegende Kenntnisse in Word und Excel vermittelt. Dazu gab es dann einen kleinen Exkurs ins Datenschutzrecht und die Digitale Sicherheit. Und das war natürlich dann aber auch analog. Und jetzt erst mit der Pandemie haben wir angefangen, über Microsoft Teams zu arbeiten. Das war es dann auch schon. Auf der einen Seite ist natürlich das Digitale Mindset der Lernenden. Wie ist bei Ihnen jetzt an der Hochschule das Digitale Mindset der Lehrenden? Der Lehrenden? Also wir haben Dozenten bei uns, die sind da super motiviert, was natürlich dann auch erst mit der Pandemie richtig kommen musste. Die haben sich das dann aber auch grundlegend alles selber angeeignet. Und dazu muss man aber auch sagen, dass es Dozentinnen gab und Dozenten natürlich auch, die da gar nicht hinterher waren und wo es eigentlich auch besser gewesen wäre, sie hätten uns weiterhin irgendwie Aufgaben per E-Mail geschickt, weil es sowieso nur Selbststudium war dann im Grunde. Wie ist das bei Ihnen an der Schule, Maximilian, bei den Lehrenden, beim Lehrpersonal? Ich habe da gerade ein bisschen geschmunzelt, weil ich die ähnliche Erfahrung mache. Also es ist tatsächlich so, dass bei uns an der Schule, es ist so, die Lehrkräfte, es gibt einige Lehrkräfte, die sind schon 40 Jahre im Dienst, die haben da auch einfach nicht die Muße zu, sich dann damit auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig haben wir eben auch dann ReferendarInnen, die dann ganz frisch aus der Uni kommen und die gehen dann Vollgas. Dann auf einmal mache ich nur noch digital und es ist so, also der Kontrast ist ganz, ganz groß bei uns in der Schule. Also ich glaube nicht nur in meiner Schule, sondern generell in den Schulen ist es so, dass wir feststellen können, wow, es gibt ganz, ganz viele Lehrkräfte, die das schon ganz aktiv machen. Wobei Alter da, wie ich es gerade beschrieben habe, gar nicht, glaube ich, der ausschlagende Punkt sein sollte. Ich glaube, es ist einfach, wie viel Routine ist schon da und wie viel Bereitschaft ist da nochmal, sich vielleicht neuen Dingen gegenüber zu öffnen. Und ich glaube, da muss man, ich glaube, da müsste man Lehrkräfte ermutigen, dass sie sich dann nochmal zu neuen Horizonten aufmachen. Schülerkonferenz, Sie haben also auch noch einen Einblick jetzt nicht nur in Ihren eigenen persönlichen Schulbereich, sondern auch natürlich auch bundesweit. Können Sie da was zu sagen, wie so der Stand der Dinge ist? Also wir haben tatsächlich in einigen Bundesländern ganz, ganz toll ausgestattete Schulen und dann haben wir das auf der anderen Seite das andere extrem auch ganz stark. Das heißt, es gibt in einigen Bundesländern ganz, ganz tolle Ausstattungen, weil es ganz, ganz viel Geld gibt. Und dann gibt es wieder Bundesländer, wo weniger gute Ausstattung ist. Und da fängt es dann an, wo dann sozusagen Geld für den Bildungserfolg eine Rolle spielt. Wenn ich keine Ahnung habe von digitalen Medienwahlen, wie sich mein Kreis, mein Land das nicht leisten kann, diese ganzen Geräte anzuschaffen, die ganzen entsprechenden Lehrkräfte auch zu bezahlen, ich brauche ja auch IT-Lehrkräfte. Das ist ja ein ganz, ganz großer Mangel an Schulen. Das heißt, vielleicht eine Uni oder eine Hochschule hat da vielleicht sogar noch mehr Zugang zu, weil das Lehren an einer Universität vielleicht attraktiver ist. Aber das an einer, also ein ITler bei uns an der Schule, eine IT-Fachlehrkraft, ist eine ganz große Seltenheit. Das heißt, es gibt kaum jemanden, der es lehrt. Und wenn es jemand lehrt, scheitert es manchmal an den finanziellen Mitteln. Das führt dazu, dass dann diese ganz große Disparität zwischen auch teilweise Gymnasien und Gemeinschaftsschulen stattfinden, dass zum Beispiel Gymnasien und Tänien besser ausgestattet sind, was dann dazu führt, dass andere Gemeinschaftsschüler zum Beispiel da hinten drüber fallen. Das sind alles so Dinge, wo man sagt, okay, dann da wird es auf einmal ganz, ganz relevant, wie reich eine Kommune ist oder wie arm sie entfällt. Wir haben über den Erwerb von Kompetenzen gesprochen. Lisa-Marie, wie würden Sie das einschätzen? Welche Kompetenzen oder wo ist ein Lack auf Kompetenzen, gerade beim Lehrendenpersonal, aber auch beim Lernenden? Vielleicht können Sie aus Ihrer Perspektive sagen, wo man da vielleicht noch ein bisschen nachjustieren kann und wo da vielleicht noch das fehlende Element ist bei den Kompetenzen? Also ich denke, bei den Studierenden ist schon so eine grundsätzliche Medienkompetenz da und das grundsätzliche Funktionswissen von technischen Geräten. Aber ich sehe auch, dass dort vor allem auch Unsicherheiten herrschen. Was darf ich überhaupt verwenden? Wie verwende ich das sicher? Und wie nutze ich das am besten? Also ich denke, so ein grundlegendes Anwendungswissen sollte auf jeden Fall noch vermittelt werden. Und dann müssen wir auch irgendwie dahin kommen, dass wir einen selbstständigen und sicheren Umgang haben mit digitalen Medien und Werkzeugen, wo wir dann auch gleich mitdenken müssen, wie setzen wir diese ein? Also wir können ja nicht sagen, wir nutzen sie, aber wir müssen auch schauen, was bringt es uns konkret. Also wird damit Zeit eingespart, wird damit effektiver gearbeitet oder wird damit vor allem dann auch mit Blick auf die Verwaltung und auf unseren Berufsalltag dann später, wird damit die Verwaltung transparenter gemacht, auch für die Mitarbeiter als auch für die Bürger. Das finde ich wirklich wichtig. Ja, jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, dass es eine Selbstverständlichkeit wird. Maximilian, wie weit sind wir noch davon entfernt, dass digitale Bildung beim Lehrpersonal, aber auch bei den Lernenden eine Selbstverständlichkeit ist? Also ich glaube, die Pandemie hat uns allen gezeigt, dass wir verschlafen haben über die letzten 20 Jahre. Ich glaube, da haben wir gemerkt, da sind wir jetzt nicht so gut davor. Und dass wir da hinkommen, glaube ich, sind wir noch weitere 20 Jahre entfernt. Also zumindest fühlt es sich danach an. Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt gerade versuchen, das aufzuholen, was innerhalb von zwei Jahrzehnten nicht geklappt hat. Das ist natürlich cool, dass wir jetzt sozusagen diesen Boost haben für Digitalisierung an Schulen und Hochschulen. Das führt halt aber auch dazu, dass jetzt ganz, ganz viel ad hoc gemacht wird. Das heißt, es ist ganz, ganz viel angeschafft, ganz, ganz viel gemacht, aber manchmal mit wenig Plan. Und den braucht es in der Regel vorher, damit dann sozusagen auch ein Schuh aus der ganzen Sache wird. Und das heißt, ich kann so viele Smartboards an der Schule haben, wie geht. Und ich kann jedes Zimmer mit Smart-TVs ausstatten und Pipapo, wenn niemand eine Ahnung hat, wie die Läger funktionieren, dann wird auch der Unterricht natürlich effektiver. In der Digitalisierung profitiert ja erst davon, dass effizienter gelehrt wird, dass effektiver gelehrt wird. Und das findet halt nicht statt, wenn die Lehrkraft selber gar nicht die didaktischen Mittel kennt, wie ich die denn jetzt vernünftig einsetze. Das klingt nach einer langen Zeit. Ich hoffe nicht, dass es so lange hat. Wir haben ein paar Fragen aus dem Chat. Ich würde gerne allerdings noch eine letzte Frage an euch beide stellen. Und vielleicht könnt ihr das aus eurer Perspektive Schulbetrieb, Hochschulbetrieb vielleicht beantworten. Was konkret, wir wollen ja heute auch konkret darüber sprechen, über Lösungen sprechen. Also nicht nur darüber sagen, was wäre möglich irgendwann mal, sondern was wäre konkret die Lösung, dass es nicht 20 Jahre dauert, Lisa Marie? Das ist eine gute Frage. Also ich denke, wie schon in meinem Statement, ganz viel Weiterbildung, gerade jetzt bei den Dozierenden, aber auch bei den Studenten. Also wir kommen nicht drum herum, dass wir das mit in die Lehrpläne aufnehmen. Und der Rest muss halt nachgeholt werden mit Weiterbildung. Und da führt für mich kein Weg vorbei. Und ich denke, das wäre so die Sache, mit der man erst mal zumindest ein Stück weiter kommen würde. Das ist schon ein Pfund, würde ich sagen. Das ist schon etwas, was man tatsächlich auch umsetzen kann. Es ist nicht etwas, was in der weiten oder in der näheren Zukunft ist oder in der weiten Zukunft, sondern das kann man ja eigentlich, wenn man es will, direkt umsetzen. Maximilian, wie sehen Sie es? Also ich glaube, das brauchen mehr Klang. Ich glaube, es braucht einerseits klare Planungssicherheit vom Bund. Das heißt, wann fließen Gelder, wie lange fließen diese Gelder? Das muss ganz, ganz klar sein für die Länder, weil die Länder werden nicht investieren, wenn nicht klar ist, wie lange finanziert der Bund. Das heißt, da braucht es einerseits das Zusammenspiel von Bund und Land. Vielleicht müssen wir allerdings uns auch überlegen, welche Mindeststandards sollen wir uns denn setzen? Wo soll die Reise denn hingehen? Weil wir können ja nicht an jeder, also es sollte natürlich Differenzen zwischen jeder Schule voneinander geben. Das heißt, eine Schule ist ja individuell, aber es sollte Mindeststandards geben. Wie stellen wir uns digitale Bildung im 31. Jahrhundert vor? Und das müsste man dann auf den Großteil der Schulen auch anwenden. Das führt dazu, dass wir natürlich den Bildungsförderismus haben, der zu ihm zuwiderlaufen würde. Und auf der anderen Seite müssten wir uns auch überlegen, wer bestimmt das denn eigentlich? Und da braucht es eigentlich eine Kommission aus Kindern und Jugendlichen, also Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und dann eben auch PolitikerInnen, die dann sozusagen die Realität daraus machen können, die uns dann dazu bringt, dass wir ein Konzept haben, was sozusagen aus der Feder von allen Beteiligten an Schule ist. Und ich glaube, dann haben wir eine reelle Chance, dass sozusagen auch alle Beteiligten davon profitieren. Wenn ich Sie beide schon mal hier habe, wirklich so aus der jungen Perspektive, was machen wir denn mit den Leuten, die partout sagen, dafür bin ich zu alt, das mache ich nicht mehr mit? Ja, ich weiß nicht, ob man da gerade viel machen kann. Also es ist immer so ein Ding, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg wäre. Jetzt haben wir eine Frage aus dem Chat. Wann wurden Ihnen zum ersten Mal digitale Kompetenzen vermittelt? Sonst würde ich die einfach mal beantworten. Also ich glaube, das erste Mal so in der achte Klasse vielleicht, wo ich dann gelernt habe, wie ich mit dem World umgehe, weil dann achte Klasse ging zu der Zeit mit Hausarbeiten los und dann mussten das irgendwie alle lernen. Da war ich schon beeindruckt von in der achten Klasse. Also das war schon so, jetzt lerne ich gerade was. Also ich glaube, da hast du eigentlich auch ein sehr williges Publikum, das das dann lernen wollen würde. Hatten Sie das Gefühl, ich meine achte Klasse, wie alt waren Sie da? Zwölf? Zwölf? Dreizehn? Dreizehn wahrscheinlich. Hatten Sie das Gefühl, dass es zu spät ist? Ich muss ehrlich sagen, in Retrospektive fand ich es gar nicht so schlimm, dass ich gar nicht in dieser sehr digitalisierten Welt die ersten zehn Jahre meines Lebens verbracht habe. Ich glaube, mit Social Media und allem anderen, was da dann auch mitkommt, natürlich mit Digitalisierung. Muss ich sagen, vielleicht dieser Meeting-Konsum, der dann bei mir auch durchaus angestiegen ist. Ich bin sehr, sehr viel am Handy tatsächlich. Da, glaube ich, war ganz gut, dass ich da die ersten zehn Jahre gut schon verschwunden blieb. Aber dieses, wie setze ich diese Mittel richtig ein? Also wie gucke ich, dass ich mit meinem Handy nicht zu abhängig von werde? Und auf der anderen Seite, wie nutze ich das denn effektiv? Das hätte durchaus früher anfangen können. Ich glaube, da, wenn man mir das früher erklärt, wie das alles funktioniert, was das für Folgen hat und Pipapo, dann glaube ich, hätte ich da schon durchaus von profitiert. Das ist ja auch ein Argument, was ja immer wieder angeführt wird von der Seite, die vielleicht digitale Bildung das zwar toll finden, aber sagen, Mensch, ich möchte nicht, dass mein Kind stundenlang vorm Rechner sitzt oder ich möchte nicht, dass mein Kind stundenlang irgendwie mit elektronischen Geräten irgendwie zugange ist. Ich möchte lieber, dass es rausgeht irgendwie auf dem Spielplatz oder was auch immer mit Freundinnen spielt. Also das ist ja natürlich auch immer so ein Totschlag-Argument. Wie kann man dem entgegnen? Wie kann man mit solchen Totschlag-Argumenten überhaupt umgehen? Weil das ist ja eigentlich eine Bremse, wenn Sie Leute haben auf der einen Seite, die natürlich auch sehr wichtig sind, die muss man natürlich auch mitnehmen. Wie kann man dem entgegnen? Ich glaube, da muss man sehr klar sagen, die Kindheit aus dem 21. Jahrhundert sieht anders aus. Also mittlerweile läuft die ganze Sache ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, dass natürlich das Idealbild, das Kind geht raus und es spielt mit Freunden und es tritt sich in der Realität mit anderen Menschen, das ist gut an und für sich. Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass wir neu denken müssen. Wie sieht denn die neue Normalität aus mit diesen ganzen digitalen Mitteln? Weil meine Normalität, ich bin jetzt 2003er Jahrgang, die sah noch sehr, sehr anders aus als die von 2013er Jahrgang jetzt. Vielleicht mit dem Argument, dass das Leben nicht stehen bleibt und dass früher nicht immer alles besser ist, was ja auch immer so ein Satz ist, der immer wieder kommt. Früher war alles besser und früher ohne soziale Medien war das Leben früher immer viel schöner und da gab es nicht so viel Hate und nicht so viel Hass. Das gab es wahrscheinlich nicht über die sozialen Medien, aber den gab es natürlich in anderen Formen. Zu meiner Zeit hat man übrigens gesagt, eine Intrige kostet eine Telefoneinheit. Also die Intrigen und der Hass, den gab es früher auch, aber dann vielleicht über den Anrufbeantworter oder über das Telefon. Ich würde natürlich aber auch nochmal von Lisa Marie gerne von Ihnen wissen, was war denn Ihre erste digitale Kompetenz, die Sie erworben haben? Also das ging bei uns schon ein bisschen früher los. Wir hatten tatsächlich schon, wenn ich sage IT-Unterricht, aber so Word und wie googelt man was, wie schreibt man eine E-Mail, das hatten wir tatsächlich schon ab der dritten Klasse und das hat sich dann fortgezogen, quasi bis ins Studium, obwohl im Studium auch nur die Kompetenzen nochmal wiederholt wurden oder gefestigt wurden, die wir ohnehin durchs Abi schon hatten. Das ist ein Unterschied, dritte Klasse und achte Klasse. Also die Frage, ob Sie es sich früher gewünscht hätten, ist dann hiermit obsolet. Aber ich würde vielleicht noch interessieren bei Ihnen, Lisa Marie, wie war das in Ihrem Familienumfeld? Wurde das gefördert, dass Sie sich digital bilden? Wurde das als etwas Positives gesehen? Ja, doch, ich denke schon, aber natürlich immer im gesunden Maße. Ich muss mal, also kann man ja dazu sagen, ich bin eine kleine Ecke älter als Maximilian. Also ich bin noch 1999 geboren, daher denke ich, verzögert sich das ja ohnehin alles ein bisschen. Also so richtig digital wurde es dann auch erst, als ich auf dem Gymnasium war. Ich würde gerne Sie auch mit hineinbeziehen in diese Diskussion. Wir wollen nämlich die nächste Umfrage, die nächste Menti-Umfrage starten und ich würde gerne von Ihnen wissen, welche digitale Kompetenz sollte bei Lehrenden und Lernenden unbedingt gestärkt werden? Das würde mich sehr interessieren. Dann bedanke ich mich schon mal ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Lisa Marie und Maximilian. Alles Gute fürs Abitur, Maximilian. Alles Gute fürs duale Lernen und ich halte die Ohren und die Augen offen, was ich da noch von Ihnen lesen und sehen werde in Zukunft, was digitale Bildung angeht. Vielen Dank. Tschüss. So, ich weiß nicht, ob wir das Ergebnis jetzt schon bekommen. Ah, ich muss ein bisschen näher, ist ein bisschen klein. Vernetzung, digitale Kollaboration und oben steht noch, kann ich nicht lesen, es blendet hier, aber Vernetzung ist doch schon mal etwas sehr, sehr Starkes. Das ist wahrscheinlich für beide Seiten, Lehrende und Lernende wichtig. Und ja, mehr ausprobieren. Das ist wie im Leben immer, mehr ausprobieren, teilen und nutzen. Vernetzung auch hier wieder, ganz, ganz wichtig. Digitale Kollaboration, Selbstbewusstsein auch ganz, ganz wichtig. Wie im Leben, wie im realen Leben auch, ist natürlich das Selbstbewusstsein in der digitalen Bildung auch wichtig. Spaß sehe ich hier gerade. Wow, toll. Medienproduktion, ausprobieren, Kreativität, Angst nehmen. Datenschutz, auch sehr, sehr wichtig. Medienbewusstsein. Mehr Mut. Damit gehen wir in die nächste Runde unseres Programms hier, in unserer Veranstaltung. Mehr Mut. Das ist doch ein wirklich ein ganz tolles Schlagwort, eine tolle Leitlinie, die man sich auch, was die digitale Bildung angeht, auch mitnehmen kann. Wir kommen jetzt zu einer, ich hatte Ihnen ja am Anfang schon gesagt, zu unserer Podiumsdiskussion, unserer Panel-Diskussion. Und wir haben wirklich hochkarätige Gäste, die ich Ihnen auch sehr, sehr gerne erst mal vorstellen möchte. Und ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie hier sind, hier in Berlin-Mitte, digital zugeschaltet von überall. Ich hoffe, Sie hören mich. Und technisch, zumindest vom Bild her, scheint alles zu klappen. Lassen Sie mich ganz kurz unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch noch mal sagen, wer Sie sind und was Sie machen und worüber wir hier heute diskutieren werden. Wir haben zu Gast Prof. Dr. Ilka Wolter. Sie ist Leiterin der Abteilung Kompetenzen, Persönlichkeit und Lernumwelten am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe. Wir haben Prof. Dr. Birgit Eickelmann. Sie ist Professorin für Schulpädagogik an der Universität Paderborn. Prof. Dr. Heike Hölzner. Sie hat eine Professur für Entrepreneurship an der Hochschule für Technik und Wirtschaft hier in Berlin. Prof. Dr. Hannes Schröter. Er ist Leiter der Abteilung Lehren, Lehrenden und Beraten am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und am Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen e.V. Und wir haben zu Gast Dr. Michael Littger. Er ist Geschäftsführer Deutschland sicher im Netz und er kann uns hoffentlich eine Menge bereichsübergreifend erzählen und auch zum digitalen Führerschein. Lassen Sie mich auch direkt mit Ihnen beginnen, Herr Littger. Sie sind beim Thema Digitalführerschein. Erzählen Sie uns kurz, was das ist und erzählen Sie uns kurz, warum das Ihrer Ansicht nach so wichtig ist. Ja, vielen Dank auch für die nette Begrüßung. Ich brauche, glaube ich, in der Runde nicht zu erwähnen, dass digitale Kompetenzen eine vielfältige Rolle spielen im 21. Jahrhundert ohne dies als Basiskompetenz. Das ist übrigens auch für eine gelebte Demokratie. Wer die Grundlagen der Cybersicherheit beherrscht und Desinformationen erkennt, ist schlicht und ergreifend besser gewapptend für die Herausforderungen im Internet. Ja, und der Desin-Digitalführerschein ist in der Tat ein neuer Baustein, um digitales Wissen breitenwirksam zu fördern und auch mit einem Zertifikat nachweisbar zu machen. Wir halten das deshalb für ganz wichtig, weil hier einerseits Basiskompetenzen, also wirklich die Grundlagen vermittelt werden in unterschiedlichen Modulen. Da geht es um Gefahrenschutz, um das Beherrschen von Geräten. Es geht aber auch darum, hier sowohl die Verbraucherinnen und Verbraucher anzusprechen. Der Stern schreibt gerade für Jüngere und für Ältere. Wir finden es aber auch wichtig, die Menschen in Betrieben, also die Mitarbeitenden anzusprechen. Und das geht hier auch recht spielerisch, indem man das zu Beginn dieser Lernreise auch angibt, in welchem Zusammenhang man also Basiskompetenzen erwerben möchte. Vielleicht einen Gedanken noch. Warum braucht es so ein Basisangebot? Wir kennen ja viele auch von uns, wenn wir beispielsweise Bewerbungen lesen. Dort steht ja oft so etwas wie ich beherrsche, das Windows Office Paket oder solche Informationen. Und wir finden es eben wichtig, dass man ähnlich wie auch bei Sprachkompetenzen auch besser und schneller verstehen kann, welches Niveau wird denn jetzt hier beherrscht. Das ist eben auch etwas, was dann auch einen Gewöhnungseffekt, glaube ich, bringen kann, dass man sagt, ich bin auf dem Niveau zu dem Prozent unterwegs. Und das ist ein Anreiz natürlich für junge Berufseinsteigende hier auch mitzumachen, sollte aber auch für Arbeitgeber zum Nachdenken anregen, hier an gewissen Voraussetzungen auch einzufordern. Und ich glaube, die Stärke ist auch, glaube ich, hier, und das ist ja vielen Angeboten, das wird vielleicht heute noch diskutiert, dass es auch wirklich für jeden Akteur in der Bildungslandschaft anschlussfähig ist. Also jeder, der mit Bildung zu tun hat, kann dieses Angebot kostenfrei nutzen. Das ist auch komplett werbe- und kostenfrei. Das hilft natürlich auch nochmal. Und wir glauben, dass es ein ganz großer, also kann ein großer Beitrag sein, um eben hier breitenwirksam einen Unterschied zu machen. Vielen Dank. Sie haben übrigens auch noch die Möglichkeit, Fragen an unser Panel zu stellen. Das können Sie gerne in der Chatfunktion machen. Und am Ende unserer Diskussion werden wir Ihre Fragen dann auch hier an die jeweiligen Panel-TeilnehmerInnen dann auch weitergeben. Jetzt haben Sie auch schon gerade gesagt, Herr Littger, Kompetenzen, das scheint ja wirklich das Übergreifende in dieser ganzen digitalen Bildung zu sein. Und wir sind ja heute auch hier ganz besonders auch, ja, den Fokus auf die Bildungskette zu legen. Frau Eickelmann, Sie sind Professorin für Schulpädagogik. Sie sind also, Ihr Fachbereich ist der Schulbereich. Wie wichtig, wie wichtig oder beziehungsweise wie, welche Kompetenzen sind nötig für Lehrende und auch für Lernende, ganz besonders bezogen auf die Bildungsübergänge? Die gibt es ja, ne? Vom frühkindlichen über die Schule, Hochschule bis in die Erwachsenenbildung. Welche Kompetenzen sind gerade besonders wichtig bei diesen jeweiligen Übergängen? Naja, zunächst mal ist überhaupt wichtig, dass man die Bildungssysteme und die Bildungsinstitutionen in dem Zusammenhang denkt. Wir sind ja im Moment in Deutschland erst mal so weit, dass wir auf die einzelnen Bildungsinstitutionen vor allen Dingen schauen, beispielsweise auf die Schule oder wir trennen auch die Schule vom außerschulischen Bereich. Aber wenn wir tatsächlich die Subjektperspektive übernehmen, also die Perspektive von Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen beispielsweise, dann wissen wir ja, dass die in unterschiedlichen Kontexten unterwegs sind und zwar sowohl horizontal als auch vertikal. Und da müssen wir uns natürlich fragen, wie können wir überhaupt die Bildungsübergänge verbinden? Wir machen das schon in klassischen Bereichen. Also beispielsweise gibt es schon immer im Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule gibt es schon immer Zusammenhänge, die diskutiert werden. Wir versuchen schon beispielsweise Lesen zu modellieren seit einigen Jahren oder Jahrzehnten schon oder mathematische Kompetenzen. Also wir haben für so grundständige Kompetenzen eigentlich schon Konzepte. Wir wissen auch, dass die Akteurinnen und Akteure da zusammenarbeiten, aber für den Bereich der digitalen Kompetenzen ist vieles bisher noch nicht mitgedacht. Und da muss man überlegen, wo da überhaupt die Ansatzpunkte sind. Und ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, der in den letzten Jahren sehr erfolgreich war, war einfach in Bildungsregionen zu denken, weil man dann nämlich alle Schulformen beispielsweise hat oder auch die frühkindliche Bildung, dann auch die Ausbildungsbetriebe beispielsweise oder möglicherweise sogar auch die Hochschulen oder Fachhochschulen. Also man kann entlang der Bildungskette tatsächlich denken, aber man kann auch tatsächlich in der Horizontale denken, also beispielsweise in der Kinder- und Jugendhilfe noch verbinden, in der Freizeit mitdenken. Und das wird gerade auch erforscht. Das machen wir auch in Forschungsprojekten tatsächlich, die verschiedenen Bildungsbereiche miteinander zu vernetzen. Und man muss einfach sich darüber im Klaren sein, dass genauso wie beispielsweise beim Lesen diese Kompetenzen nicht erst in der achten Klasse, wo wir sie mit ICLS beispielsweise testen, aber wie der Maximilian ja auch gerade beschrieben hat, wo er zum ersten Mal gerade digitale Kompetenzen gesehen hat, also die entstehen dann nicht ganz plötzlich, sondern es sind tatsächlich Kompetenzen, die immer altersgerecht auch aufgebaut werden müssen. Man möchte sagen, am besten spiralisch. Und wir wissen vor allen Dingen, dass wir auf große Bildungsungleichheiten in Deutschland stoßen, nämlich dann, wo eben diese Kompetenzen vor allen Dingen dann zu Buche schlagen, wenn eben die Kinder und Jugendlichen von zu Hause unterstützt werden. Und das müssen wir unbedingt auflösen in den nächsten Jahren. Also sozusagen, man kann keine konkrete Kompetenz jetzt herausheben, also ich kann Ihre Frage nicht beantworten, sondern überhaupt die Frage sich zu stellen, das müssten wir endlich mal tun in Deutschland. Dann vielleicht so viel erst mal. Frau Professor Wolter, Ihr Fachbereich fokussiert sich auf die Lebensspanne von individuellen Personen. Also lassen Sie mich das so kurz erklären, ob ich das richtig verstanden habe. Also Sie erforschen, wie in einem Leben von frühkindlich bis, eben in dieser Spanne, vom frühkindlichen Bereich bis ins Erwachsenenalter gelernt wird. Können Sie uns vielleicht was sagen, wie sehr sich die einzelnen Bereiche voneinander unterscheiden und worauf es ankommt, dass, wenn wir von digitaler Bildung sprechen, die einzelnen Lebensbereiche auch zusätzlich unterstützt werden und wie man diese Bereiche unterstützen kann? Ja, das war jetzt eine sehr große Frage. Ich beginne mal damit zu sagen, dass das Thema, was Sie ansprechen, natürlich nicht von mir alleine beforscht wird, sondern in einem deutschlandweiten Konsortium, nämlich dem Nationalen Bildungspanel, was eben genau das versucht, wie Sie es skizziert hatten, die Bildungsprozesse und Bildungsverläufe von Personen von der frühen Bildung bis ins Erwachsenenalter, bis ins hohe Erwachsenenalter abzubilden. Und hier ist ein Schwerpunkt, den wir setzen werden in den kommenden Jahren, tatsächlich die digitale Kompetenz in Ergänzung zu den ICT-Kompetenzen, also dem Handhaben von digitalen Medien, finde ich es jetzt mal sehr grob runterbreche, die wir schon immer uns auch angeschaut haben. Sicherlich ist zu dieser Frage der Übergänge, das ist auch eine zentrale Frage im Nationalen Bildungspanel und ich denke, was man da immer auch mit berücksichtigen sollte, ist, dass sich, und das klang jetzt auch bei Birgit Eichelmann schon an, dass sich auch Kontexte verändern. Also wir schauen im Zweifelsfall auf unterschiedliche AkteurInnen, die wir hier betrachten müssen. Wenn wir in der frühen Bildung unterwegs sind, vor allen Dingen jetzt, wenn wir uns diesem Thema widmen, der digitalen Kompetenz, dann lernen Kinder relativ viel, natürlich auch im familiären Umfeld, sehr viel dadurch, dass sie nicht nur passiv beobachten, sondern eben auch aktiv mit ihren Eltern zusammen Medien nutzen. Das Ganze geht dann irgendwann über in die institutionellen Einrichtungen, in die Kindertagesstätten, wo wir zunehmend Forschung haben, aber längst noch nicht so viel, wie wir es uns wünschen würden natürlich. Und dann erst sind wir ja in einem auch weiteren formalen Kontext, den Schulen und verändern das dann wieder, wenn wir ins Erwachsenenalter gehen. Da kann Herr Schröter dann mehr dazu sagen. Also ich denke, gerade an den Übergängen würde ich denken, ist es wichtig, auch immer die Veränderungen der Kontexte mit zu betrachten und vermutlich auch deren unterschiedliche Relevanz dann für diese Bildungsprozesse. Und ich glaube, dass die sich einfach verändern und dass wir das mit sozusagen in einem Blick auf die individuelle Entwicklung von digitalen Kompetenzen einfach immer mit im Blick haben müssen, dass die Kontexte da auch gut mit betrachtet werden. Und dass wir, wenn wir über Bildungsumwelten oder Lernumwelten sprechen, wir haben jetzt sehr viel über die formalen Kontexte gesprochen, Schule, Institutionen, aber wir haben natürlich auch sehr viel informelles Lernen oder eben auch nonformale Kontexte, die vor allen Dingen ja auch im Erwachsenenbereich eine große Rolle spielen. Und das, glaube ich, das Gesamte anzuschauen, ist zum einen die große Chance, aber auch die Herausforderung natürlich in der Forschung für uns und auch in der Umsetzung dann in der Forschung. Informelles Lernen, haben Sie gesagt. Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen? Naja, das, was wir in den Familien zum Beispiel beobachten können, das kann man, glaube ich, ganz gut unter dem informellen Lernen, also das, was in der alltäglichen Interaktion passiert. Kinder lernen zum Beispiel dadurch, dass Eltern Regeln aufstellen in der Nutzung von digitalen Medien. Lernen sie was darüber, was da Erwartungshaltung, Werthaltung sind oder dass man Mediennutzung zum Beispiel einschränkt. Das Gleiche passiert durch Beobachtungslernen. Also Kinder sehen, wie Erwachsene mit digitalen Endgeräten umgehen, worauf sie da vielleicht achten. Und das sind auch Lernkontexte, die nicht sozusagen durch eine ganz klare Instruktion gekennzeichnet sind, sondern die so ein Stück weit mit sozusagen passieren im Alltäglichen, wenn ich es mal so formulieren darf. Sie hatten gerade schon Herrn Professor Schröter angesprochen. Genau auf den Punkt würde ich jetzt auch gerne kommen, Professor Schröter. Sie lehren unter anderem auch noch an der Fernuniversität Hagen. Also sie haben es mit Erwachsenenbildung zu tun. Und wir haben es ja gerade auch, oder ich habe es gerade bei Maximilian und Lisa Marie auch kurz angesprochen. Und die beiden haben mich angeschwiegen. Was macht man denn mit den Menschen, die sich vielleicht als zu alt empfinden oder sagen, Mensch, das kann ich doch alles nicht mehr lernen. Und das kriege ich eigentlich gar nicht mehr geschafft. Ich bin doch schon so alt. Wie kann man also das Thema Erwachsenenbildung, weil ja gerade auch Lernende älter sind, wie kann man da die digitale Bildung vorantreiben? Und was bedarf es da gerade bei der Erwachsenenbildung? Ja, auch von meiner Seite erst mal ganz herzlichen Dank. Ich muss mich ganz ein bisschen entschuldigen, weil in diesem Gebäude gerade noch Bauarbeiten stattfinden. Aber jetzt ein bisschen Bauergeräusche hören. Entschuldigen Sie das bitte. Ja, ich denke, das ist im Bereich der Erwachsenenbildung ist natürlich ein sehr, sehr heterogener Bereich. Und ich glaube, wir müssen da auch unterschiedliche Gruppen unterscheiden. Und eine Gruppe, die wir natürlich besonders auch im Auge haben, um auch so eine digitale Abkopfung und eine digitale Kluft zu vermeiden, sind natürlich diejenigen, die über ein eher geringes Bildungsniveau verfügen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, diese Personen auch mit einzubinden, ihnen auch die Möglichkeiten zu geben, an der digitalen Welt teilzuhaben. Und ich möchte noch so ein bisschen aufgreifen, was Herr Littagel gesagt hat. Es gibt einen europäischen Referenzrahmen für digitale Kompetenzen, der tatsächlich sehr, sehr ähnlich aufgebaut ist, wie das, was wir vom europäischen Referenzrahmen für Sprache kennen. Und auch die Kompetenzen einteilt in diese bekannten Sprachstufen-Niveaus von A1 bis C2. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Bereich, und Sie haben es gleich am Anfang erwähnt, ist nur Mut. Also sich zu trauen, Ängste zu nehmen und auch zuzulassen, dass natürlich diese Lernprozesse auch eine gewisse Zeit brauchen. Dass man Sachen ausprobiert, dass man in Veranstaltungen auch geführt wird, wie man mit Medien umgeht. Und das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte, die da eine Rolle spielen. Und ein Punkt in diesem Referenzrahmen ist tatsächlich eben auch die Sicherheitsaspekte, das also, wo, glaube ich, der Datennetzführerschein drauf abzielt. Aber es ist eben auch noch mehr Kommunikation, Zusammenarbeit, der souveräne Umgang mit Informationen im Internet. Und das spielt natürlich, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Rolle für solche Punkte wie die politische Bildung, die Teilhabe an der Gesellschaft. Und sicherlich werden Grundlagen gelegt, natürlich schon in der frühen Kindheit, so, wie meine Kolleginnen eben gerade gesagt haben. Aber nichtsdestotrotz sind auch Erwachsene noch in der Lage, in allen Bereichen diese Kompetenzen auch noch zu erwerben. Und das kann ich Ihnen noch zu ermutigen. Ich würde gerne einmal die Perspektive auf die Wirtschaft legen. Frau Professor Hölzner, Sie forschen seit 2017 zum Themenfeld Entrepreneurship und Mittelstand. Und Sie haben in einem Debattenbeitrag, was ich sehr, sehr spannend fand, geschrieben, die Bundesrepublik muss bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit aufholen. Und weiter schreiben Sie, was das mit dem Bildungssystem und dem Unternehmensgeist zu tun hat. Nun ja, wir haben jetzt ein Momentum und das sollten wir nutzen. Wie kann man das nutzen? Ja, also erst mal vielen Dank. Ich freue mich, hier in der Runde zu sein und die Perspektive meines Fachs, eben auch insbesondere der Entrepreneurship und vielleicht ein bisschen die Perspektive der Hochschule mit in die Diskussion einbringen zu dürfen. Das Momentum, von dem ich da gesprochen habe, ist sicherlich zweierlei. Das eine ist, dass natürlich durch die Pandemie, insbesondere an Hochschulen, ich kann nur für Hochschulen sprechen, vieles angestoßen wurde. Also wir waren in der glücklichen Lage, dass wir sicherlich anders als an Schulen unsere Lernenden sehr gut auch erreichen konnten. Studierende sind in der Regel mit einem Laptop ausgestattet. Das bedeutet, wir konnten sehr schnell während der Pandemie auf digitales Lernen umstellen oder auf digitales Lernen umstellen und haben da sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Und daraus sind eine Reihe von Pilotprojekten entstanden. Beispielsweise gibt es an der HTW Berlin den sogenannten Curriculum Innovation Hub. Das ist also ein großes, fachbereichsübergreifendes Projekt. Ich glaube, auch das ist tatsächlich ein Schlüssel an dieser Stelle, dass da jetzt nicht alle Fachdisziplinen versuchen, für sich jeweils das Rad neu zu erfinden, sondern, das haben wir auch gerade schon in der Keynote gehört, Digitale Bildung ist eigentlich ein Querschnittsthema und dieses Momentum zu nutzen, bedeutet auch klassisches Silo-Denken an Hochschulen aufzubrechen. Und dieses Projekt, von dem ich jetzt für die HTW Berlin sprach, beispielsweise, das tut das. Also es versucht, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen und innovative didaktische Konzepte zu entwickeln, die eine Kombination ermöglichen aus Präsenzstudium und eben Blended Learning. Also es geht um Weiterentwicklung der Curricula, beispielsweise in den MINT-Fächern. Es geht aber auch darum, individuelle Lehr- und Lernpfade für Studierende zu ermöglichen. Thema Inklusion auch, also Studierende, die vielleicht aus einem nicht akademischen Haushalt kommen, die gerade zu Beginn des Studiums ein bisschen mehr Rüstkosten haben, dass man denen durch die Möglichkeiten der Digitalisierung dort eben auch einen solchen individuellen Lernpfad ermöglicht. Andere Themen in diesem Projekt ist beispielsweise innovatives Lernraum zu sein. Also digitale Bildung erfordert auch einen komplett anderen Kontext. Wenn ich mit meinen Studierenden an Geschäftsideen arbeite, dann arbeiten die eigentlich die ganze Zeit in Projekten und so ein klassischer Vorlesungssaal, also der noch so von oben nach unten strukturiert ist, wo man in einer Reihe sitzt und nicht mal irgendwie die Stühle verschieben kann, der eignet sich da nicht. Also auch hier ganz anders, ganz neu über Räume nachzudenken, bis hin zu virtuellen Räumen tatsächlich, was für uns auch gerade ein Thema ist, wie wir den Teil des E-Learnings, Blended Learnings, vielleicht auch für die Studierenden aufwerten können mit Technologien wie Virtual oder Mixed Reality. Also all das irgendwie sind Themen und meine Wahrnehmung von unserer Hochschule zumindest, aber auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich spreche, ist, dass da jetzt wirklich so ein Ruck entstanden ist und dass wir versuchen sollten, das jetzt auch tatsächlich zu nutzen. Sie meinen also den Ruck der letzten zwei Jahre, wo man eigentlich quasi gezwungen wurde, digital zu arbeiten, wo natürlich auch in vielen Unternehmen plötzlich Konferenzen digital stattgefunden haben, wo man vorher vielleicht stundenlang zusammengesessen hat und vielleicht ist das auch gar nicht so effektiv. Also im Grunde dieses Gezwungenwerden, da reinzuspringen, ich hatte es vorhin schon gesagt, ins kalte Wasser zu springen. Das kalte Wasser wird ja nicht wärmer, wenn man später springt. Also im Grunde ist es ja ein Glücksfall gewesen, so schlimm natürlich auch die Corona-Pandemie war und auch noch immer ist, war es für die digitale Bildung vielleicht tatsächlich auch so der Anstoß und dass der Stein ins Rollen gekommen ist. Jetzt haben wir über verschiedene Perspektiven gesprochen, von der frühkindlichen Erziehung bis zur Erwachsenenbildung und bei Ihnen dann bis zum Entrepreneurship. Jetzt sind Sie seit einer Stunde, anderthalb Stunden hier in dieser Konferenz und mit unterschiedlichen Leuten gesprochen. Mir scheint so ein bisschen, dass wir wirklich so ganz viele verschiedene Gesellschaftsbereiche haben von Menschen, die entweder total offen sind für die digitale Bildung und alles dafür tun oder auch Menschen, das ist der andere Teil, die sagen so, nee, das möchte ich nicht mehr oder ich versuche mich mal ein bisschen aus, also vielleicht da gar nicht so motiviert sind. Wie schaffen wir es denn? Und das ist ja der Grund unserer Konferenz heute. Wir wollen ja Synergien schaffen, bereichsübergreifend. Wir wollen ja einfach alle mal in das Boot digitale Bildung rein. Wie schaffen wir es, jeden einzelnen gesellschaftlichen Teil mit den Menschen, die wir zusammenleben, in eine Zusammenarbeit für die Veränderung zu motivieren oder auch zu animieren oder auch vielleicht zu überzeugen, dass digitale Bildung wichtig ist und dass man vielleicht auch sein Denken darüber verändern muss, auch wenn man vorher eine andere Meinung hatte. Bitte schön. Sie haben die freie Wahl oder darf ich mir jemanden aussuchen? Vielleicht würde ich mal anfangen mit dem, mit sozusagen, ich habe sicherlich nicht die Antwort auf diese Frage, die werden wir alle nicht zu 100 Prozent haben, aber ich glaube, wenn wir über den frühkindlichen Bereich sprechen, dann sehen wir durchaus, dass es positive Werthaltungen gibt. Also es ist jetzt gar nicht so, dass das nicht als eine gemeinschaftliche Aufgabe zwischen Kita und Familie gesehen wird. Es ist dann eher heterogen in der Frage der Nutzung und Nutzungsdauer von digitalen Medien. Ich kann mir vorstellen, dass ein Ansatzpunkt sein könnte, dass wir stärken auch die pädagogischen Ziele, die damit verbunden sind. Also die Nutzung digitaler Medien und den Einsatz in Einrichtungen, und das gilt sicherlich nicht nur für den frühkindlichen Bereich, aber hier ist es vor allem eine Lücke aus meiner Sicht, zu verbinden mit den Zielen, die sowieso vorherrschen, mit pädagogischen Zielen. Bisher wissen wir, dass digitale Medien genutzt werden in Einrichtungen, häufig dann zur Recherche oder zur Förderung von sehr bestimmten Kompetenzen, also zum Beispiel Mengenverhältnissen oder bestimmten Sprachaspekten. Aber es gibt ja sehr viele Anwendungsfelder, die vielleicht noch nicht so sichtbar sind, dass man Apps nutzen kann zur Bestimmung von Bäumen oder Vogelarten und das einbinden kann in andere sozusagen Themenbereiche. Und vielleicht hilft das, um auch quasi Leute mitzunehmen, die vielleicht im Moment noch nicht so überzeugt sind davon. Ich denke, eine Voraussetzung ist es, erstmal die Strukturen zu schaffen. Das gilt sicherlich für alle Einrichtungen und Institutionen über die gesamte Lebensspanne. Wir müssen natürlich zunächst mal die Infrastrukturen schaffen, um digitale Medien einsetzen zu können. Aber dann könnte ich mir vorstellen, dass eine Verknüpfung mit Anwendungsfeldern und pädagogischen Zielen ein Weg sein könnte. Sicherlich nicht der einzige. Und hier gibt es bestimmt noch mehr Ideen zu dieser Frage. Es ist wichtig, dass man erstmal die Plattform schafft. Frau Professor Eickelmann, bräuchte es nicht eine Studie, welche digitalen Kompetenzen Menschen in unterschiedlichen Altersschichten überhaupt brauchen? Würde da eine Studie helfen? Ich muss sagen, ich hadere so ein bisschen mit Ihren Fragen. Also zunächst mal wäre für mich nicht die zentrale Frage, diejenigen jetzt zu motivieren, die sich für das Thema gar nicht interessieren. Von denen ich übrigens denke, dass sie von der Menge her übrigens immer weniger werden eigentlich, weil sich immer mehr Notwendigkeiten geben. Ich glaube, über diese Frage sind wir ein Stück weit hinweg, sondern ich glaube, die Frage ist tatsächlich, wie wir so die Rahmenbedingungen schaffen, auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, dass wir wirklich diesen Schritt der Transformation, den Juran ja auch gerade in der Keynote nochmal rausgestellt hat, dass wir den tatsächlich hinkriegen und von diesen kleinschrittigen Veränderungen ein bisschen wegkommen. Und das, was Sie jetzt fragen, ist für mich auch eine kleinschrittige Analyse. Ich glaube, wir können ziemlich genau sagen, wir haben ja für alles Mögliche Kompetenzmodelle. Ich denke, der europäische Kompetenzrahmen, der gerade genannt worden ist, der ja auch in der neuen Fassung jetzt seit zwei Wochen vorliegt, ist sehr, sehr leitend. Der kann für viele Bereiche leitend sein und helfen. Das, was die Kolleginnen und Kollegen vorgestellt haben, sind auch Beispiele. Aber ich glaube, die Frage ist ja, was wollen wir eigentlich? Wir wollen zum Beispiel eine Veränderung des Lernens. Deshalb bin ich sehr mit Frau Wolter direkt einer Meinung. Man muss sich ja fragen, wofür braucht man diese Kompetenzen? Also warum wollen wir die eigentlich fördern? Warum spielen die überhaupt eine Rolle? Und dann kann man eben sagen, die spielen in verschiedenen Bereichen eine Rolle. Die spielen zum Beispiel in der Arbeitswelt eine Rolle. Und deshalb hat Schule auch den Auftrag, junge Menschen auf diese Arbeitswelt vorzubereiten und zu qualifizieren, weil einfach Schule auch eine Qualifikationsfunktion hat, die wichtig ist für das Individuum und auch für die Gesellschaft. Also ich glaube gar nicht, dass wir klein, klein auseinanderdröseln müssen, wo wir was genau brauchen. Ich glaube, das kann jeder Bereich mittlerweile für sich ganz gut schon darstellen, sondern ich glaube, wir müssen von dieser Kleinschrittigkeit wirklich wegkommen und sagen, wo wollen wir eigentlich auch als Gesellschaft hin? Und wo verbinden sich auch diese digitalen Kompetenzen mit anderen wichtigen Aspekten? Also beispielsweise Entwicklung von demokratischen Grundwerten in einer zunehmend von Digitalisierung und Mediatisierung geprägten Welt. Also wo wollen wir als Gesellschaft hin? Und wie wollen wir miteinander leben? Und wie wollen wir miteinander lernen? Und wie wollen wir auch Aspekte von Chancengerechtigkeit, der ja auch gerade schon zur Sprache gekommen ist, und wie wollen wir das eigentlich hinbringen? Und ein wichtiger Punkt ist, und sie hat viele sichtige Sachen schon gefallen, und ich glaube, ich kann dann direkt übergeben, auch an den Kollegen direkt, ist ja die Frage der Qualifizierung letztendlich auch. Und die Qualifizierung ist eine wichtige Aufgabe. Und ich glaube, wir haben eigentlich genug Wissen und ich glaube, wir kommen auch gut in die Umsetzung. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir noch, das, was Jürgen gerade noch mal deutlich gemacht hat, tatsächlich auch die Ebene miteinander in die Gespräche bringen, also die Verflochtenheit der Ebenen und der Akteure. und die Verflochtenheit der Bildungsbereiche tatsächlich. Also nicht das Einzelne sehen, sondern das große Ganze. Guter Ansatz, guter Punkt, gebe ich Ihnen recht. Herr Littger, gibt es eigentlich so eine Zertifizierung, wir hatten gerade über den digitalen Führerschein, dann gibt es so etwas wie eine Zertifizierung, dass Kompetenzen festgestellt werden bei den Bildungsübergängen? Also es gibt jetzt den digitalen Führerschein, ja, und der hat eine gewisse Basiskompetenz, bei denen wir wahrscheinlich also auch die diversen EU-Referenzrahmen, aber auch den Medienkompetenzrahmen Nordrhein-Westfalen, also verschiedene Standards hinterlegt haben, auch Sicherheitsstandards, also dass man sozusagen anschlussfähig ist und dass uns auch richtig ist, wenn man sozusagen dieses Angebot jetzt durchgeführt hat, man das, was Herr Schröder gesagt hat, auch wirklich den ersten Schritt getan hat, um dann eben vielleicht auch Lust zu bekommen, mehr zu machen. Ich finde trotzdem auch Ihre Frage sehr berechtigt. Ich finde sowohl die großen Fragen richtig, die hier gestellt werden, aber auch die mühsamen kleinen Lösungsfragen, die wir haben, wie reichen wir wirklich alle? Und ich gebe ehrlich zu, weil Deutschland sicher im Netz interessieren uns auch diejenigen, die schwer zu erreichen sind. Das sind leider doch sehr viele, auch gerade vulnerable Zielgruppen, die eben angesprochen wurden, ältere Menschen, mobilitätseingeschränkte Menschen, sie- und hörbehinderte Menschen. Und da ist mein Lösungsangebot, was ich sehr gerne sehr stark bewerben möchte. Wir nennen das Transferinfrastruktur. Und das sind also oft außerschulische Strukturen, die wir allein in der Bach von Deese mit 240 regionalen Anlaufstellen geschaffen haben, für sehr unterschiedliche Zielgruppen. Und das ist so ein Stück weit eine Schlüssel, den ich anbieten möchte, im Bereich Seniorenarbeit zum Beispiel. Das heißt, dort gibt es mit Senioren für Arbeit vor Ort Angebote, die dort wirklich im Alltag verankert sind, auch mit Fragestellungen, die die Menschen betreffen. Also wie bleibe ich mobil? Wie kann ich sicher meinen Reiseplan ganz konkret und über den Weg dann eben auch die großen Fragen indirekt beantworten? Wie enttarne ich Desinformationen? Also gar nicht über das ganz große Rad zu den Menschen gehen, sondern wirklich über die Alltagsprobleme. Und das ist sehr mühsam. Und das braucht sehr viel Engagement vor Ort, um das wir aber, glaube ich, nicht herumkommen. Deshalb brauchen wir diese Transferinfrastrukturen, die sehr starkes Empowerment auch liefert für Menschen, die sich für andere Menschen engagieren wollen. Und was eben gesagt wurde, das Momentum, ich sehe übrigens auch im Momentum aktuell gar nicht mehr durch Corona, sondern durch die sonstigen geostrategischen Probleme und Krisen und Situationen, die wir ja haben, dass es da auch ein größeres Bewusstsein gibt, sich auch individuell zu schützen oder auch Dinge ernst zu nehmen, die vielleicht vor einigen Monaten noch nicht so im Zentrum standen. Das sind eben Möglichkeiten, jetzt auch noch mehr Menschen zu erreichen. Und deshalb bewerbe ich sehr stark diese Infrastrukturen, allerdings nicht in der technischen Hinwirkung, sondern wirklich in der Kompetenzen, der Weitergabe von Kompetenzen. Wir haben hier eine Frage, die passt eigentlich sehr gut zu Professor Schröter. Jemand fragt, könnte es beim bereichsübergreifenden Austausch helfen, wenn man über zu fördernde Praktiken im Umgang mit Digitalem spricht, statt über Kompetenzen? Ja, das ist jetzt eine Diskussion des Kompetenzbegriffs, den man hier machen kann. Ich möchte zwei Sachen aufgreifen zu Ihrer Frage. Es gibt tatsächlich auch Neuropath, Test Your Digital Skills. Das ist sozusagen so eine Richtung, in der man schon mal eine Art Selbsttest machen kann. Wie sind denn eigentlich die digitalen Kompetenzen ausgebildet? Ich persönlich finde diesen Kompetenzbegriff sehr, sehr wichtig, weil er nämlich genau beinhaltet, warum wir denn eigentlich diese Fähigkeiten brauchen, weil damit eben einfach ein Ziel verknüpft ist, was einfach erreicht werden soll. Ich sehe eine große Chance, auch in der bildungsbereichsübergreifenden Zusammenarbeit, weil ich denke, dass mehr und mehr im Sinne des lebenslangen Lernens die Übergänge auch nicht mehr ganz, ganz klar kontrolliert sind, sondern dass es die Bereiche auch überlappen, so wie es zum Beispiel jetzt hier im Bereich der Fernuniversität in Hagen ist, wo viele der Studierenden schon einen Abschluss haben und dann auch weiter studieren, zum Bereich der Erwachsenenbildung. Und ich glaube, was ganz, ganz entscheidend auch ist, ist die Professionalisierung des Lehrpersonals in allen Bereichen. Ich glaube, das auch noch zu tun, das sind dann Lehrende erst mal als Lernende zum einen wieder, also die selbst über die notwendigen digitalen Kompetenzen verfügen sollten und dann sozusagen auch noch die Fähigkeit haben sollen, in digitale Kompetenzen zu vermitteln. Und das ist ein Bereich, zum Beispiel bei uns am DEE, Greta Kompetenzbilanzen, in denen tatsächlich solche Bilanzierungen stattfinden und das ist nicht nur beschränkt auf den digitalen Bereich, sondern passt eben einfach andere Kompetenzbereiche mit und das halte ich eben einfach für wichtig. Also genau die Frage, die eben auch gerade gestellt wurde, für was brauchen wir diese Kompetenzen? Warum ist es wichtig für mich persönlich? Ich glaube, auch das ist die größte Lernmotivation, wie wir es auch in anderen Bereichen kennen. Es muss eben einfach die eigene Lebensumwelt trennen. Also ich eigne mir neue Fähigkeiten an, weil ich etwas erreichen möchte oder weil ich ein Problem bewältigen muss und das muss ich eben einfach klassifizieren. Und ich fand, dass Frau Brade vorhin ganz, ganz gut, das eigentlich schon sehr gut zusammengefasst hat, sowohl für die Lernenden als auch für die Lehrenden, nach der Frage, was ist der Mehrwert von digitalen Medien, von digitalen Kompetenzen? Und ich glaube, das müssen wir eben einfach auch beantworten und eben einfach zeigen, wo haben digitale Medien eben einfach Vorteile, Binnen-Difizierung, Adoptives Lernen, Ähnliches und wo ergänzen sie eben einfach sinnvoll. Und ich denke, so ein Entweder-Oder ist der falsche Ansatz. Okay, wir haben hier noch eine Frage. Ich möchte Sie auch gerne motivieren, Ihre Fragen zu stellen hier an unser Panel. Wenn Sie möchten, vertrauen Sie sich, seien Sie mutig. Wenn Sie eine Frage haben, sehr gerne bitte einmal in die Chatfunktion schreiben. Das kommt dann hier bei mir an. Es gibt hier eine Frage. Welche Rolle zur Kompetenzförderung können mitwachsende, freie Bildungsmaterialien spielen, die von den unterschiedlichen Bildungsbereichen genutzt werden? Kann jemand was dazu sagen? Ich glaube, Sie müssen jemanden dran nehmen wie in der Schule. Ich könnte etwas dazu sagen. Sagen Sie bitte, bitte. Das ist ganz wichtig und ganz, ganz entscheidend. Diese Open Educational Resources sind, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Bestandteil. und greifen natürlich zum einen mit diesem genau, diesen digitalen Kompetenzbereich rein. Wie kann man sowas eigentlich erstellen? Also wie kann ich selbst OERs anfertigen? Spielen eben einfach eine Frage auf der Rechtssicherheit rein? Wie kann ich die eben einfach frei zur Verfügung stellen? Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir eben auch zentrale Stellen haben. Im Bereich der Erwachsenenbildung haben wir das zum Beispiel bei BBWeb, dass solche Ressourcen auch gefunden werden. Und die unterschiedlichen Bildungsbereiche, unterschiedliche Institutionen auf diese Ressourcen zurückgreifen können. Weil das sozusagen auch einen klaren Synergieeffekt gibt, dass nicht überall kleinschrittig das Rad neu erfunden wird, sondern dass die verschiedenen Bereiche voneinander profitieren. Also das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil. Also da würde ich da gerne mal reinrufen und auch Herr Schröter sehr stark unterstützen. Ich glaube, diese Differenzierung oder ich nenne das auch eine Professionalisierung der Arbeitsteile in so einer Bildungslandschaft ist sehr, sehr wichtig, die uns auch sehr beschäftigt. Also wir zum Beispiel haben in unseren Initiativen immer die Frage, woher nehmen wir eigentlich die inhaltlichen Ansprüche oder Kompetenzen oder auch das Sicherheitsniveau für eine Gesellschaft? Wer definiert das eigentlich? Was muss man jetzt können und was nicht? Und da setzen wir sehr stark auf eine Arbeitsteilung eben auch der Institute oder der Behörden von mir, aus der Sicherheitsbehörden oder auch anderer Institute, die solche Sachen bereitstellen können, solche auch vielleicht curriculär, die es ja teilweise gibt, aber in anderen Bereichen noch nicht so viel, sodass wir, wir verstehen uns eher als wissens Übermittler oder wissens Vermittler, dass wir das dann einfach verwenden können, nicht selber entwickeln können. Das können auch andere besser als wir, um dann aber das, was wir ganz gut können, mit den Menschen in den Austausch zu kommen und es ihnen eben zielgruppengerecht aufzubereiten und auch sie aufzusuchen. Also ich glaube nach wie vor, dass es auch im Digitalen darum geht, Menschen wirklich hinzugehen und auch sich anzubieten. Aber das können nicht alle immer alles machen. Deshalb, da braucht man eine Differenzierung und auch eine Selbstbeschränkung. Was kann ich und was können andere? Und sich dann als Partner zu verstehen, ich glaube, das bringt uns ein Riesenstück voran. Frau Prof. Wolter, es fällt ja in Ihren Themenbereich, in Ihren Fachbereich, mitwachsende Materialien, Arbeitsmaterialien. Na, ich glaube, es ist jetzt schon viel gesagt worden. Letztendlich reden wir, also wenn wir aus einer Lebensspann-Perspektive darauf schauen, würden wir ja bestimmte Aspekte dieser Kompetenz auch über die Lebensspanne tatsächlich betrachten. Und dann sind Anwendungsfelder gegebenenfalls einfach unterschiedlich. Also der, wie ich vorhin schon sagte, der Kontext ändert sich. Es sind andere sozusagen lebensnahe Beispiele, die man damit verknüpfen würde. Aber letztendlich bezieht sich das immer auf die ähnlichen Dimensionen oder Aspekte, die wir hier betrachten. Und das Gleiche kann man natürlich für Materialien, unterstützende Lehr- und Lehrmaterialien auch sehen. Und diesen Open Educational Resource Ansatz, den würde ich auch nochmal sehr unterstreichen, aber der ist jetzt auch schon sehr hervorgehoben worden. Eine, ich finde, sehr interessante Frage, weil da natürlich auch die Politik wieder mit einbezogen wird. Wäre eigentlich so die Kommunen als Träger von Bildungseinrichtungen und inwiefern haben eben diese Kommunen als Träger von Bildungseinrichtungen eine besondere Rolle bei der Ermöglichung von digitaler Bildung entlang der ganzen Bildungskette? Also ich würde mal einfach sagen, die haben eine große Verantwortung, würde ich einfach mal sagen, die Kommunen. Aber welche Rolle könnten sie einnehmen? Ich hätte ja gerade schon mal dieses Denken in Bildungsregionen auch nochmal stark gemacht, weil wir ja auch schon sehr stark in diesem Netzwerk auch auf diese Übergangsgestaltung fokussieren. Und insofern sind die Schulträger oder sind die Träger, die Gemeinden, die Sachaufwandsträger dann für Bildungsprozesse ganz oft auch eine gute Einheit, also eine gute Modularität, eben genau die Prozesse auch auf den Weg zu bringen. Natürlich auch immer gerne in der Vernetzung mit anderen Trägern, also im Lernen voneinander. Also der Vernetzungsgedanke ist ja auch etwas, der auch gerade in der Wortwolke aufgetaucht ist, also Vernetzung tatsächlich auf allen Ebenen. Aber wenn man tatsächlich entlang der Bildungskette denken möchte, dann muss man tatsächlich sozusagen von den einzelnen Institutionen weg. Und insofern ist das Denken in Regionen oder in Gemeinden oder Städten etwas, was außerordentlich hilfreich ist, was aber gleichzeitig uns vor die Voraussetzungen bringt, setzt. Und das sieht man ja auch beispielsweise dann in der Umsetzung des Digitalpakts auch, dass die Schulträger beispielsweise oder die Trägerschaften in den Gemeinden und Städten unterschiedliche Voraussetzungen haben, die Dinge auch auf den Weg zu bringen. Aber ich glaube, da sind wir ja jetzt sozusagen schon ein bisschen schlauer wieder als vor einigen Jahren, sodass da diese Einheit, diese Modularität nicht mehr der Flaschenhals ist, sondern dass es als Chance begriffen werden kann, genau eben viele Aspekte, die für diesen Bereich, wie Sie ihn jetzt immer nennen, digitalen Bildung wichtig ist, einfach zu denken, und zwar wieder horizontal und vertikal in den verschiedenen Dimensionen und in der Verbindung der Institutionen. Sehr schönes Bild mit dem Flaschenhals. Kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen fünf bedanken für Ihre Zeit, für Ihre unglaubliche Kompetenz, die Sie hier reingebracht haben, in Ihrem Fachbereich. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass ich Sie vielleicht in dem einen oder anderen Dialogforum im Laufe des Jahres wiedersehen werde. Dankeschön. Ja, vielen Dank Ihnen. Vielen Dank auch an Sie. Vielen Dank auch an Sie. Gerne. So, jetzt haben wir eine Menge gehört. Frühkindliche Bildung, Schulbildung, Hochschulbildung, Führerschein, Digitalführerschein, Zertifizierung, all diese unterschiedlichen Bereiche. Theoretisch einiges, einiges praktisch, konnten wir eine Menge lernen. Aber jetzt haben wir die große Möglichkeit, wirklich mal in ein Projekt reinzutauchen, in ein richtiges Projekt, was, ja, was tatsächlich jetzt schon stattfindet. Und dazu möchte ich ganz, ganz herzlich begrüßen Melissa Opitz. Hallo. Hallo. Sie ist Projektleiterin im Fachbereich Bildung bei Save the Children hier in Deutschland. Schön, dass Sie da sind und uns ein bisschen berichten über Ihr Praxisbeispiel. MakerLabs heißt das. Sagen Sie uns kurz, was ist MakerLabs? Genau, das mache ich sehr gern. Vielen Dank. Also für uns in diesem Projekt, es geht darum, dass wir MakerLabs an verschiedenen Standorte aufbauen. Für uns existiert ein MakerLabs, wenn Fachkräfte, das heißt vielleicht aus schulischen Orten oder außerschulischen Orten gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen tüfteln. Ob sie dann vielleicht mit Microcontrollers etwas programmieren, ob sie dann mit Robotik dann sich austoben lassen, dass sie dann den Raum bekommen haben, um ein Thema nachzugehen und auch dann in diese Freiräume dann zu experimentieren. Das machen wir in unserem Projekt, indem wir jetzt an vier verschiedene Standorte deutschlandweit mit dieser außerschulischen wie Bibliotheken und auch Jugendclubs und dann die schulischen. Wir haben auch Grundschulen und Oberschulen dabei. Wir bringen die zusammen, um unsere Zielgruppe zu erreichen. Und das Kernstück unseres Projekts ist, dass wir Fortbildungen anbieten. Und in diesen Fortbildungen kommen dann die verschiedenen Fachkräfte zusammen und sie lernen diese verschiedenen MakerTools, die ich am Anfang dann erwähnt habe, kennen. Sie entwickeln Lerneinheiten miteinander, sie entwickeln Konzepte für Workshops, die sie dann umsetzen können und vor allem nach dieser Fortbildung gehen sie in der Praxis, probieren das aus, stellen fest, was hat funktioniert, woran halb ist, kommen zurück. Und das ist dann das Thema für die nächste Fortbildung, damit wir sie wirklich dann Schritt für Schritt bei jedem Stolpelstein, die dann vielleicht da auftaucht, den gut unterstützen können. Das tun wir auch mit unseren Umsatzungspartner, unsere tolle Trainerin für die Organisation der Jungen Tövler. Sie stehen also mit Ihrem Projekt ganz am Anfang. Es war ein neues Projekt. Sie waren, wie gesagt, an zwei Standorten bisher. Zeitnah folgen weitere Standorte. Können Sie uns ein bisschen was zu den Akteuren sagen, die an dem Projekt beteiligt sind? Ja, sehr gern. Also wir haben dann zum Beispiel die ersten Standorte, die wir haben. Wir haben Grundschulen und wir haben Bibliotheken dabei. Und darum geht es, dass sie dann dieses Thema, okay, digitale Medien, wie gehen wir das denn in unserem Alltag an? Sie wissen, dass es wieder Angebote gibt, aber haben auch eine Möglichkeit gesucht, dann um diese dann einzustellen, aber auch diese Begleitung zu bekommen. Also sie sind in dem Projekt, weil sie dann erst mal diese Vorbildungen so angesprochen geführt haben, weil sie dieses Wissen haben wollen. Aber vor allem sie wollen das nicht alleine machen, sondern in Zusammenarbeit mit anderen. Das sieht dann bei uns so aus, dass die Bibliotheken zum Beispiel sind von vornherein dabei. Die sind dann sonst vielleicht in einem Gedanke, was man im Nachhinein hat. Aber hier denkt man zusammen gleich von Anfang an mit, okay, welche Kompetenzen bringt ihr mit? Welche Ausstattung? Welche Vorkenntnisse habt ihr? Was können wir denn gemeinsam machen? Das sieht zum Beispiel aus, dass manchmal die Lehrkräfte können in der Bibliothek gehen, in den Rahmen eines Unterrichts um etwas Neues kennenzulernen. Vielleicht dann machen sie ein Computerspiel zum Thema Märchen mit den Bibliothekarinnen und dann gehen zurück in den Unterricht und können dann darauf weiterbauen. Wo sie dann vielleicht sonst alleine wären, können sie das jetzt dann gemeinsam machen. Das ist uns auch total wichtig, weil unsere Hoffnung ist, ist, dass nachdem die Kinder das in der Schule kennengelernt haben, haben sie dann mehr Möglichkeiten, dass auch in den Bibliotheken und vor allem in den Jugendclubs dann auch ihr Interesse weiter nachzugehen. Also es geht uns darum, dass die Kinder nicht nur im Rahmen der Schule den Zugang zum digitalen Medien haben, sondern auch in den Freiräumen. Ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern, wie reagieren die Kinder? Wie nehmen die das auf? Was sind so die Reaktionen der Kinder? Also zum Beispiel, es war uns ganz wichtig zu überlegen, okay, wenn Teil des Projekts ist, dass die Bildungsorte dann auch eine kleine Ausstattung dann bekommen. Und es war uns, okay, wir müssen dann die Kinder einbeziehen, weil was ist denn denn wichtig, welche Tools wollen sie unbedingt haben? Die Kinder sind so leicht zu begeistern und das ist total schön. Die Erwachsene übrigens auch. Aber es ist so schön, dass wenn man den Raum gibt, die haben keine Angst, sie freuen sich alles auszuprobieren. Manchmal sind sie ein bisschen irritiert, wenn es dann nicht so läuft, wie sie dachten mit dem kleinen Roboter. Aber das Schöne mit diesen Art zu lernen ist, man kriegt sofort eine Rückmeldung und dann merkt man, okay, das hat nicht funktioniert. Und mit der Make-A-Didaktik, das heißt dann auf Augenhöhe lernen, mit Fehlenden umzugehen, dass Kreativität ihnen angesagt ist, dann wissen sie, als nächstes holen sie eine ihrer Freundin dazu und überlegen gemeinsam, was können wir denn alles machen, damit diese Roboter das endlich macht, was wir uns denn so vorgestellt haben. Jetzt haben Sie gerade schon ein bisschen erzählt, dass ja unterschiedliche Akteure auch an dem Projekt beteiligt sind. Ich würde mal sagen, Akteure, die jetzt vielleicht aus unterschiedlichen Bereichen kommen, unterschiedlichen Arbeitsumfeld, aus einem unterschiedlichen Arbeitsumfeld kommen. Können Sie ein bisschen was dazu sagen, wie das Arbeiten überhaupt ist, wenn so unterschiedliche Perspektiven auf etwas zusammenkommen? Im Berufsleben ist es ja so, wenn man in einem Team arbeitet, dann tickt man ungefähr gleich, dann weiß man, wo die Richtung hingeht, man hat den gleichen Arbeitgeber, man hat das gleiche Thema, also ungefähr ist es gleich. Und wenn jetzt aber jemand von außen kommt, hat der vielleicht einen ganz anderen Blick auf die Sache. Und das ist ja bei Ihrem Projekt so, dass Sie mit Akteuren arbeiten, die aus einem ganz anderen Bereich kommen. Wie ist da die Zusammenarbeit? Wie Sie vielleicht sehen können, es ist tatsächlich toll. Man ist, wie Sie denn gerade sagten, man ist in seiner Umgebung und kennt das, nur das, was man kennt. Und dann auf einmal sitzt man nebeneinander und was für dich vielleicht ein Problem war, ist, dass wir jemand anders sind. Aber das kriegen wir dann so hin, dann machen wir das dann so. Zum Beispiel, du hast die Zeit in deinem Unterricht, dann den Kindern das beizubringen, wie ein Roboter funktioniert. Komm doch zu mir in die Bibliothek, das machen wir. Und nachdem hast du Kinder, die das schon kennengelernt haben, damit du deine Unterrichtszeit dann dafür nutzen kannst, das fachliche Thema dann anzugehen, weil die Kinder haben das andere dann bei mir gelernt. Sie sind auch total kreativ und das ist dann auch schön. Ich glaube, das hat dann manchmal das Thema an sich oder bringt das mit sich, weil man hat da einige Unsicherheiten und es dann schneller, offener die Hilfe von anderen dann anzunehmen, weil man wird bloß nicht alleine mit diesen neuen Themen dann da stehen. Das finden wir auch total schön, weil es ist auch wichtig, dass neue Impulse dann ständig rumkommen oder ständig dann entwickeln. Nicht, dass man nur ein Tool ausprobiert hat, hat das dann für die drei Sachen, die man gut gekannt hat, dann eingesetzt und dann fertig. Nein, es geht darum, dass man das immer weiterentwickelt. Dafür braucht man dann die Impulsen von den anderen, in unserem Fall dann gerne die Bibliotheken und die Lügenclubs, aber vor allem die Jugendlichen und die Kinder. Die sind da wirklich nicht zu unterschätzen, welche Ideen sie kommen, wenn man das denn ihnen zulässt. Das habe ich jetzt nicht gehört. Lernt man auch voneinander? Ah, voll. Das ist auch dann total wichtig, dass man eine gewisse Selbstständigkeit dann dabei lernt, wenn man mit Megatools arbeitet, dass man nichts sofort dann aufgibt und denkt, okay, das kann ich nicht, das war es dann, dass man immer weiterprobiert und dann man erst den anderen dann dazuhört, bevor man dann zum Beispiel anfängt, dann was zu lesen. Das ist auch den Kindern besonders wichtig. Sie wollen es ausprobieren. Und das ist auch total schön. Es brauchte nur das kleinste Erfolgserlebnis und dann ist die Motivation gestärkt und das motiviert dann auch die anderen gleichzeitig. Wir haben in einer ersten Vorbildung mit Scratch dann gearbeitet, ein Spielprogramm und da hat dann eine Person dann es geschafft, dass die Katze dann sich umdreht und es war total schön zu sehen, wie diese kleine Sache so viel Freude vorbereitet hat und nicht nur eine Person war da motiviert und wollte dann, na, was weiß ich, dann einen Hut auf diese Katze setzen, sondern die anderen dann gleich auch. Also es ist wirklich schön, diese in Gruppen zu arbeiten. Das ist ein Erfolgsrezept bei unserem Projekt. Versprechen auch etwas, was wir natürlich auch hier bei Bildung digital übertragen wollen, nämlich Synergien schaffen, unterschiedliche Akteure zusammenbringen, damit eben das große Thema Bildung digital vorangetrieben wird. Ich habe noch eine Frage. Wie alt sind die jüngsten Kinder an ihren Standorten und können Sie ein bisschen was zu den Angeboten sagen, die Sie der Jungen beziehungsweise auch den Pädagogen und Pädagoginnen machen? Also unsere Zielgruppe ist hauptsächlich die vierte bis sechste Klasse. Die haben wir dann hauptsächlich im Blick, wenn wir dann überlegen oder wie ich dann gesagt habe, diese Lerneinheiten oder Konzepte für Workshops oder so dann gestalten. Dazu haben wir dann auch Peers, die wir dann auch fortbilden. Für uns sind Peers dann jugendlich im Alter von 14 bis 18. Die werden auch fortgebildet, damit sie dann auch selber Angebote machen können oder in ihrer Art und Weise in Make-A-Labs dann aktiv werden. Also das ist ein Beispiel für ein Format. Es gibt auch viele Ideen im Moment, warum denn, womit denn die Fachkräfte denn spielen, zum Beispiel ein Mädchen-Crip zum Thema programmieren, was mich dann auch immer wieder freut, auch zu diesem Thema Verfluchtenheit, das wir erhalten in diesem Dialogforum. Das geht oder kommt auch bei unseren Teilnehmenden an. Sie überlegen sich auch. Natürlich dann bietet sie dann so Experimente in den Microcontrollers und Sensoren an. Aber wie sieht das denn vielleicht in Musik aus oder was können wir da in Kunst machen? Sie gehen von vornherein oder verfolgen diese Idee, dass diese digitale Medien überall einsetzbar sind und müssen nur den Mut haben, das erst mal auszuprobieren. Jetzt haben Sie gerade gesagt, vierte bis sechste Klasse, relativ jung. Wie erreichen Sie die Kinder? Also erst mal, deshalb ist es schön, den Schulen dabei zu haben, weil dafür sorgen wir, dass in einer ganzen Schule dann vielleicht die vierte bis sechste Klasse dann erst mal Zugang zu diesen Medien hat oder die Chance hat, diese im Unterricht dann auszuprobieren. Und dann der nächste Schritt ist dann, dass sie in den Bibliotheken und dann in den Jugendclubs dann aktiv sind. Da sind wir noch relativ am Anfang, aber deshalb gestalten wir diese Angebote dann gemeinsam, damit es nicht nur an einem Ort ist, sondern dass gleich alles dann gedacht wird. Und es interessiert uns natürlich auch, wie schulen Sie Ihre Fachkräfte? Mit viel Energie, würde ich sagen. Also bloß nicht dann da sitzen und Theorie, sondern so schnell wie möglich dann aktiv werden. Wunderbar. Ein tolles Praxisbeispiel. Können wir eine Menge lernen. Jakob ist wieder bei mir, oder? Wirklich auch diese Zusammenarbeit von unterschiedlichen Akteuren, von Menschen, die aus ganz anderen Bereichen kommen, die dann sich zusammenfinden und dann ein Projekt sagen, das wollen wir vorantreiben. Vielen, vielen Dank, Frau Opitz, dass Sie uns einen Einblick gewährt haben in Ihr tolles Projekt. Dankeschön und viel Erfolg dabei. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, und da sind wir schon auch am Ende. Mein Gott, so viel, ich würde mal sagen, Futter, würde ich sagen, fürs Hirn. Eine Menge Futter fürs Hirn. Es gibt eine Menge zu verarbeiten, aber wir sind erst am Anfang dieser Projektreihe. Also ich habe ja den Nachmittag gut genießen können und sehr gut zuhören, was alles erzählt wurde von unterschiedlichen Bereichen. Und eigentlich ist es ja ganz spannend mit dem letzten Projekt, was wir gerade vorgestellt bekommen haben, weil da ist ja wirklich die Vernetzung schon stattgefunden und da ist ja jetzt sozusagen wirklich unsere Aufgabe jetzt, das auch für das Jahr 2022 im Netzwerk Bildung digital zu sichern, dass wir alle, Sie, alle Ihnen zu Hause da wirklich gut mit einbinden können und auch gemeinsam ins Handeln kommen. Genau, Experimentierräume, da sagst du uns noch in zwei, drei Sätze zu, bitte. Ein Open Call, Sie können mitmachen. Ja, genau, jetzt muss ich wirklich ins Kamera schauen. Also hier ist es ja wirklich spannend, der Open Call für die Experimentierräume läuft bis zum 12.04. Also da ist noch eine kurze Zeit, um da wirklich mitzumachen. Und hier ist es ja wirklich wichtig, Fragestellungen, Ideen, ja, kleine erste Schritte denn auch für mögliche Projekte, die im ganz Kleinen begleitet werden können vom Netzwerk. Wir haben hier hervorragende KollegInnen, die mit uns gemeinsam arbeiten. Das heißt also, es ist auch nicht nur, man kommt zusammen und muss dasselbe alles hinbekommen. Man wird auch in diesem Prozess unterstützt. Es gibt die Möglichkeit für Coaching-Maßnahmen, wo auch wirklich sehr gute Leute unterstützen können, den Prozess voranzutreiben. Das heißt also, meldet euch bitte bei uns bis zum 12.04. mit Ideen für den Open Call für die Experimentierräume. 12.04. Das ist das Datum. So ist es. Digital Dienstag. Genau, Digital Dienstag ist ja unser niedrigschwelliges Vernetzungsangebot. Ich fand es irgendwie ganz spannend hier. Wir sehen, wir haben neue Bühnen-Schmuck bekommen und da stehen die Worten auch drauf. Also der nächsten Digital Dienstag ist am 26.04. also nach Ostern und ist immer genau auch wieder eingeblendet hier. Und das Spannende ist, in jedem Digital Dienstag wird Praxisbeispiele auch mitgenommen. Das heißt, man diskutiert einfach nicht nur blind miteinander. Da wird ein kurzer Impuls kommen und dann gibt es die Möglichkeit, auch hier wirklich Fragen aneinander zu stellen. und dabei zu sein. In April ist es tatsächlich Bitkom, die sich auch da vorstellt, auch ein sehr spannender Partner in dem Bereich der digitale Bildung über die unterschiedlichen Bereichen hinaus, auch hin bis zum lebenslanges Lernen. Und also da habt ihr auch die Möglichkeit, alle dabei zu sein. Wir hatten auch am Anfang unserer Veranstaltung auch über die Leitlinien schon gesprochen. Was sind so die Next Steps bei den Leitlinien? Hier ist noch ein Tag mehr übrig. Das heißt, also erst mal an dem Open Call sich hinsetzen und tun, dann gibt es nämlich bis zum 13.04. die Möglichkeit, unsere Online-Fragebogen für den Leitlinienprozess auszufüllen. Und da ist wirklich unsere Bitte an das ganze Netzwerk, teilt auch gerne diese Einladung, die es in den unterschiedlichen Social Media Kanäle gibt. Wir haben das mit dem Newsletter rausgeschickt und Sie haben da die Möglichkeit, wirklich in Dialog zu kommen mit der Politik, wirklich auch jetzt die Next Steps für die digitale Bildung in langer Bildungskette mitzugestalten, ins Dialog zu gehen mit uns. Und wie gesagt, das ist der erste Step, die Umfrage im ganzen Netzwerk. Dann wird es im zweiten Schritt ExpertInnen-Workshop geben, wo wir auch das alles vertiefen, konkretisieren und handgreiflich machen. Und dann natürlich für uns alle auch wieder spannend, bevor wir in den Sommerferien gehen, werden auch die Leitlinien veröffentlicht und wir werden das auch hier im Netzwerk diskutieren. Also erst mal jetzt mitmachen und dann genau gemeinsam auch die Früchte ernten, bevor wir in den Sommerferien gehen. Und dann gibt es natürlich auch den Newsletter. Den braucht man jetzt. Den hat doch jeder. Die Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu gehen, läuft ja über mehrere Kanäle. Also wir haben unsere Newsletter, da kann man sich über die Webseite Netzwerkbildung Digital anmelden. Wir haben auch die unterschiedlichen Social Media Kanäle, die gerade hier eingespielt werden, wo man die Möglichkeit haben, auf dem kurzen Dienstweg alle Informationen über Veranstaltungen und Möglichkeiten im Netzwerk zu kriegen. Und dann natürlich auch den großen Aufruf hier jetzt gerade, Sie können natürlich auch mit Ihrer Organisation Partner werden. Das heißt, auf der Webseite gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich vorstellen kann, dass man über die Funktionen, die auf der Webseite sind, die Möglichkeit haben, sich zu bewerben. Man kann Steckbriefe einreichen, die dann auf der Webseite vorgestellt werden. Veranstaltungen, nicht nur von uns, sondern auch von den Partnerorganisationen, können geteilt werden. Also haben Sie Interesse, dann melden Sie sich bei meinem hervorragenden Team, die dafür bereit stehen. Und das heißt also sozusagen, wie gesagt, den Leitlinienprozess ist ein Punkt, da kann man sich mit der Befragung wirklich teilnehmen, das wäre großartig. Das zweite, Open Call für Experimentierräume, dritter, Digital Dienstag und sonst einfach das Netzwerk folgen und mitzumachen. Und das kann ich wirklich, wirklich hier empfehlen. Gehen Sie mal auf die Seite, die ist so spannend. Ich bin da wirklich die ganze Nacht hängen geblieben und habe mir die ganzen Sachen angeschaut. Man lernt eine ganze Menge. Und dann hatte ich noch eine Frage. Ich meine, du bist unglaublich in diesem Bereich unterwegs. Du weißt so viel. Aber mich würde interessieren, was hast du heute mitgenommen, was du vorher noch nicht wusstest? Was ich vorher nicht wusste? Ich muss sagen, ich kannte das Projekt am Ende nicht. Da war ich sehr, sehr froh, jetzt wirklich diesen Einblick zu bekommen. Und dann fand ich diesen wichtigen Hinweis, wozu brauchen wir die Kompetenzen? Also warum ist es auch wichtig, dass wir ein Kompetenzprofil haben, dass wir wissen, wo müssen wir hin? Weil nur wenn wir ein Zielbild, ich glaube, das gilt für den ganzen Bereich Change, also wenn wir Sachen verändern wollen, dann müssen wir ein geteiltes Bild haben. Und das gilt in allen Bereichen. Und das finde ich wirklich, das nehme ich mir mit so zusammen und sehe das auch als eine der Aufgaben für das Netzwerk, dass gemeinsam mit den Partnern, gemeinsam mit diesen Schwarmintelligenz, so sind wir auch angefangen, gemeinsam, das wirklich auch zu entwickeln. Und da alle die kluge Köpfe und viele, viele PraktikerInnen mitnehmen auf den ganzen Prozess. Wunderbar, vielen, vielen Dank, Jakob. Das war wirklich ganz toll zusammengefasst, die zwei Stunden und das, was jetzt auch noch auf Sie zukommen wird. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie zugeschaltet haben. Diese Aufzeichnung können Sie auf der Webseite nochmal nachschauen oder weiterempfehlen. Oder wenn es Leute gibt, die es nicht gesehen haben, sagen Sie einfach, Sie sollen mal reinschauen. und wir sehen uns wieder am 7. Dezember, sorry, September, nein, nicht Dezember, da ist schon die Abschlusswarnung. Das war ein bisschen zu weit. Am 7. September, da ist das zweite Dialogforum und heute ging es um die individuelle Perspektive auf Netzwerkbildung digital und am 7. September, ich sage es nochmal ganz genau, da werden wir dann die institutionelle Perspektive erörtern. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ein kleiner Tipp noch, ich frage Menschen immer am Abend, was gibt es, was hast du heute gelernt, was du heute Morgen noch nicht kanntest oder wusstest. Das ist eine schöne Motivation, Lernen in den Alltag zu bringen. Und Sie können sich nicht vorstellen, was es für tolle Antworten gibt, wenn dann Menschen darüber nachdenken, was wusste ich heute Morgen noch nicht und heute Abend habe ich es gelernt. Das ist wirklich ein schöner, kleiner Trick, auch anwendbar für Ihre Kinder und Jugendliche und überhaupt für Ihre ganzen Liebsten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss. Ich bin liebe dich. Sie können sich nicht hoch stellt am Ende versuchen dem D representation